Heyo zusammen, willkommen zurück zu Let's Play Total War Warhammer 2, wo ich eine ganze Menge Stuff zu tun habe. Ich bin schon wieder voll am Reinsuchten. Los geht's. Weil wir wissen ja immer noch irgendwie irgendwas. Keine Ahnung, was er sich denkt, wer er jetzt ist. Ich glaube nicht, dass er das schaffen kann. Bin ich ganz ehrlich. Glaube ich nicht. Aber ja, er kann es probieren. Der Malus, der kann das probieren. Schlimmer wird dann so Crocker und der ganz andere Bums. Weil irgendwann ist die Garnision einfach tot. Macht sie gar nichts mehr. Und ich brauche noch zwei, drei Runden bis ich da bin, um Lamia zu verteidigen, zu schützen, zu retten. Es wird also nicht ganz easy. Mit etwas Glück, mit ganz viel Glück, wird das Settlement gleich auf Tier 4 geupgradet. In der nächsten Runde. Das wäre natürlich gigantisch gut. Aber darauf verlassen kann ich mich nicht. Jetzt kommen noch die Orcs. Glaube ich dran. Crocker vielleicht. Und Lyberas, maybe. Na ja. So, sechs Schwacheinheiten. Die Typen, die muss ich wegböllern. Die Reiter sind egal. Und die halt. Ja. Ich weiß nicht, warum er es versucht. Oder wie oder was. Weil eigentlich ist es saudämlich. Aber na gut. So. Er hat, er hat eine Menge Türme. Okay. Das muss man ihm lassen. Er hat eine Menge, Menge Türme. Ähm. Dann versuchen wir die Türme jetzt aufzuhalten. Ah ja. Da ist die Mauer kaputt. Okay. 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 Okay... Okay. Okay. So. Jetzt noch Katapulte. Okay. Eigentlich ist das nicht so gefährlich, weil es sind da Handarmbrust-Typsies. Wichtig ist, dass ich das hier alles weghau, aber das geht schon. Okay. Okay. Ne, ne, ne. Das wird schon passen. So. Schön auf die Türme drauf. Da ist ein Fliegding. Wir machen jetzt mal hier Stress. Fokus einen Turm hier. Stressen da. So. So. Die gehen da drauf. Fast. Die versuchen es halt. Sie versuchen es wenigstens. Okay, da geht mal wegs. Gott, der müsste tot sein. So. Die Frage, ob wir jetzt hier irgendwas kaputt machen können. Damit wenigstens nicht alle hier ankommen. Der ist kaputt. Boah. Knapp, das wissen wir. Okay, der ist ankommen. Egal. Ich komme von hinten rein. Hier ist noch Full Life. Ich kläre mich. Was ist hier jetzt passiert? Wo kommt denn der Scheiß rein? Sehr seltsam, aber okay. Auch interessant. So. Ah, klar. Oh. Oh ja. Aha. Na komm. Hallo. So. 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 Wie ist es jetzt unbedingt einmal da hin? So. Jetzt habe ich hier irgendein Problem. Jetzt habe ich irgendwie ein Problem an. Okay. Nun. Easy ist gerade nicht. Wird aber noch. Ja, das wird schon mal. Blayclaw Catapult! Skaven Slaves! Solche Mist... Kann auch nur rumbuffen, ne? Wird auch nicht so viel... Naja... Schön das zu töten... Das passt, ist gut. Ok... Ich glaube das müsste ich dann verteidigt haben... Ok... Müsste passen... Irgendwo müsste auch die Arminos durchkommen... So, die Bombe machen wir jetzt nicht... Ja... Passt... Also wie gesagt, wie er das gewinnen wollte... Keine Ahnung... Arminos kommt durch... Das war's... So, natürlich... Schön wieder die... Terminals besetzen, weil wenn er da abhauen will... Will ich natürlich alles kaputt schießen, was man kaputt schießen kann... Dann halten wir die jetzt auf... So gut wie es halt geht... So, mit etwas Glück stirbt der da... Tschüss... Der andere kommt... Aber war wieder teuer... Passt... Ok... Irgendwie verteidigt... Toll ist was anderes... Aber... Geht... Die Mauer ist halt kaputt... Der ist halt echt durchgebrochen... Was für ein Schwachsang... Habe ich nicht mitbekommen... Toll... Frag mich wann... Wo... Wie... Sehr seltsam... Aber ok... Naja... Gut... Wenigstens nochmal verteidigt... Ich meine... Jeder Sieg den ich einfahre ist gut... Weil der gibt nochmal... Möglicherweise Geld... Ein bisschen Stuff... Das lohnt sich hier halt gar nicht... Das lohnt sich hier halt gar nicht... So... Huck Reif ist durch... Mit ganz viel Glück kommen die... Er ist auch doof... Die Rebellen vielleicht noch ran... Ja... Mal schauen... Eschen... Na von mir aus... Aber ich zahl dafür nicht... Das muss nicht sein... Jetzt aber... Jetzt schlägt er die Zwerge endlich zurück... Oder? Nö... Er bleibt halt da stehen... Lässt dich abholen... Gut... Jetzt kommen die Nächsten... Und die haben die Ushabti... Was auch... Ganz böse ist... Jetzt wird ne... Oh... Die werden gebumst... Naja... Oh man... Ja... Doof... Dass... Das... Libaras... Danach noch mit dran kam... Ja... Die Schädelspalte werden auch noch mit... Unka aus... Er haut endlich ab... Und geht woanders plündern... Sehr schön... Sehr schön... Trotzdem ist Lamia natürlich ziemlich gebumst... Weil ich hab die Katapulte... Es ist okay... Naja... Mal schauen... Ah... Steinminenturm... Ne... Brauch ich jetzt nicht... Würde ich gern... Kann ich mir grad aber nicht leisten... So... Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben... Einen Haufen Skelette... Ein paar Reiter... Ein paar Streitwägen... Oh man... Okay... Gut... Ahja... Hallo... Können wir jetzt einmal Geld machen... Ist okay... So... Das dürfte Quico wahrscheinlich sein... Ja... Der wartet noch... Der... Kriegt... Sowas hier... Keine Ahnung... Ist egal... Der ist eher am Arsch... Okay... Ja... Was ist der da... Oh... Da Plünder bringt halt herzlich wenig... Na gut... Okay... Ich sehe hier keine bösen Armeen... Oh man... Oh man... Ja ne... Ich muss... Ich muss mich da beeilen... Aber... Wie weit kann der... Bis dort... Ja gut dann passt... Ah... Ja gut aber der hat nur Goblins... Das ist eigentlich egal... Der hat noch ein paar Gobbos... Das macht nichts... Nein... Nein... So... Okay... Würde es da drüben mehr Geld geben... Wahrscheinlich nicht... Äh... Nicht wirklich... Okay... Ich könnte schon angreifen... Nochmal aus dem Plünder... Ja... Why not... Ne... Da ist ja nicht viel drin... Ja... Ja... So... Geh mal zurück... Sind immer noch im... Sind nicht mehr im Plündermodus... Ah... Na gut... Aber... Gab zumindest... Oh... Gibt zumindest irgendwas... Poison... Genau... Später wieder... Okay... Ah... Jetzt bin ich sehr gespannt... Ob die jetzt schon angreifen... Oder ob sie nochmal warten... Clan Eschen... Er greift an... Okay... Gut... Das muss ich jetzt noch einmal verteidigen... Irgendwie... Und dann besteht zumindest die Chance... Dass ich... Lamia halten kann... Aber es wird nicht leicht... Die Schlacht wird jetzt... So... So schwer... Holy crap... Da muss ich echt mal gucken... Oh boy... Oh boy... Er hat halt Reiter und Streitwägen... Das ist gefährlich... Der Rest... Ist nicht so wichtig... Okay... Er hatte eine Runde Zeit... Stuff zu bauen... Jetzt bin ich mal gespannt... Was hier kommt... Okay... Er hat eine Ramme... Er hat zwei Türme... Okay... Ja gut... Das ist egal... Die Türme sind schlimm... Okay... Die Mauer steht wieder... Die Mauern schauen wieder... Alle in Ordnung aus... Gut... Dann... Kann man das ja so machen... Die sind halt schwach... Die solchen Priester hier... Also die bringen gar nichts... Die haben halt diesen Buff... Okay... Der ist nicht schlecht... Aber... Nein... Das hier ist halt schon fast... Ein bisschen wichtiger... So... Man kann ja ein bisschen böllern... Ähm... Der auch... Ein bisschen zum Glück ist... Okay... Die Globedeers... Genau... Die Globedeers... Ja... Die lassen wir mal da... Wir haben solchen Mönche... Auch interessant... Die würde ich mal da hin tun... Die halten ein bisschen... Stuff auf... So... Plagelog Catapulti können da hin... Machen wir mal da hin... Passt schon... Okay... Ja gut... Ich glaub so... Moment... Ja gut... Ich glaub so... Moment... Kann ich mal die Türme wieder zerschießen... Das ist klar... Gut... Die böllern hier auf das... Was halt geht... Zack, zack... Wahrscheinlich eher auf die Ramel... Okay... Ich hol die Ratten raus... Und versuch ein paar gute... Bomben zu legen... Mmhm... Uhmm... Es ist eben ein paar Re Morgan... Ja... Okay... 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 Ja... Wie kann... Okay... Okay... Die müssen nur hier kämpfen, sterben, macht sie alle kaputt, macht sie schneller kaputt, kommt schon, töten, 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 macht's mir Rappentod, na los, und, aha, wieder absoluter Schwachsinn, warum habe ich nur noch zwei Katapulte, seltsam, ok, na gut, Schade, schade, dass das so gar nicht geklappt hatte. So, holen wir uns mal. Wollt ihr nicht hier die Bösewichte angreifen? Wieso ist der denn jetzt da unten? Ähm. Aha. Ja. Das ist sehr seltsam. Wieso? Wieso nicht? Gut, der ist am Arsch, ok, auch interessant. Aber gut. Ist halt so, ne. Der ist halt jetzt einfach tot. Cool. Warum weiß wieder keiner, ob es ist so. Was für ein Schwachsinn, ey. Das ist jetzt super seltsam. So. Die Ratten greifen da an. Das müsste man kombinieren. Die Trone mit den Ratten. Das wäre super, ne. So. Und bumm. Oh, war nicht schlecht. War nicht schlecht. Ist ok. Ah, hier hat er auch schon die. Die Rattenhober denken sich, not my problem. Wollt ihr mal diese Bogenschützen da töten? Das wäre ja sehr nett. Vielleicht kann ich noch wetten. Wahrscheinlich aber ja nicht. Wollen wir mal gucken. Ah, der wird sterben. Brauchen wir halt einen neuen Assassinen. Ist egal. Ist nicht so gut. Der war eh bloß da, damit ich hier irgendwie irgendwas habe zu verteidigen. Wirklich wichtig war der jetzt nicht. der war eh bloß. Aber dann können wir Leute nicht wieder etwas werden. Ich bin ein Undvi. Beweis. Den wir Pfeifen. In der T-Water. Na, einfach da hoch, damit das Türmchen wieder niegert. So, das Tor haben sie schon kaputt gemacht. Wie schnell die Ramme des Tor zerstört, ist auch erwartet. Gut. Gut, da geht's lang. Wollt ihr bitte dieses Türmchen einnehmen? Ich brauche das. Das ist schon wichtig. So, wenn ihr euch die Katapulte wieder schnappt, wäre das eine ganz große Sache. Geht's da noch mal ran? Müsste bisher ganz okay ausschauen. Die müssen weg. Hebe. Streiträgen. Ja, geht's doch einfach wieder an, Alter. Geht's doch da einfach wieder ran. Ja, ja, I desire. Also nix für Katapulte. Ach so, es war die falsche. LOL. Okay. So, irgendwie kommt die Sonne rein. Ich muss gleich Rollo runter machen. Aber ich sehe hier nix mehr. Ich habe nur noch einen weißen, hellen Lichtstreifen hier. Gut, sollte jetzt langsam passen. Also die Reichweite ist ja schon nice, aber... Also ich müsste es jetzt eigentlich haben. So, der Rest haut ab. Da kommt noch ein König. Die drängen sich irgendwie. Aha. Keine Ahnung, warum der immer noch... Jetzt zerfällt dann gleich. Okay. Gut, haben wir es irgendwie noch mal geschafft. Noch ein Heldenhafter See. Na gut, so. Der Assassine ist tot. Da brauchen wir jetzt einen neuen. Schauen wir mal. Ob wir den hinbekommen oder nicht. Ich weiß nicht, wie viel er bisher gemacht hat. Aber ganz schlecht kann er jetzt auch nicht gewesen sein, bis hierhin. Ja. Also der Kommandant wird tot sein. Ist aber nicht weiter tragisch. Passt schon. So, wir nehmen wieder... Das Geld. Ach, Leute. Alter. Okay. Okay. Ja gut, dann kann ich mich hier durchschnetzeln. Und dann... Ich muss ja nur gucken, dass ich mit Quiek in die Stadt komme. Der Rest ist eigentlich egal. Ja genau, der ist gestorben. Bündnis verhandelt. Aha. Border Leon. Und Clan... Ich weiß nicht, ob man das so spricht. Border Leon. Le-au-x. Le-au-x. So. Ja, Dünenkönigreiche. Klar, natürlich. Okay. Dein Scheißernst. So, nehmen wir einen anderen Assassin. Seuchen-Clan. Ja, würde ich gern, aber ich kann's mir grad nicht leisten. Last Stand. Warte, das wollte ich lesen. Der Empire ist in Flames. Many of its territories are devastated or taken by its enemies. However, there is still resistance. Remnants. Remnants of the Imperial Army. Garrison forces. Names of the Lich's Fulton. Household troops have gathered to steam the tide for the Empire. Okay, ja gut. Okay. Blitzschlag. Ich würde so eine Schlacht gern mal selber schlagen, einfach um zu sehen, wie diese Armee sich jetzt verhält. Sollte ich mal ausprobieren. Ganz ehrlich. Ich sollte ein bisschen Erfahrung sammeln. Er hat Uschabdi. Er hat Reiter. So, die Reiter muss ich mit den Kanonen und den Chisails töten. Genauso wie die... Ja, der hat eine Menge Stuff. Das ist das Ding. Ich hab halt zu viele Katapulte. Ich brauch noch zwei Warblitz-Kanonen, glaube ich. Ja. Oder zwei Höllengebrut-Rat-irgendwas. Keine Ahnung. So. Das hier ist alles sehr flach. Das Land, was ja schon mal nicht schlecht ist. So. Okay. Das sind meine Fernkämpfer. Okay. Okay. Na gut. Wir sehen doch wahrscheinlich über diese... Na gut. Lassen wir es mal so. Ich würde das mal so ein bisschen fächern. So. 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 Okay. Okay. Die müssen ja zum Beispiel auf die Schabti angreifen. So. Dann versuchen wir den jetzt so lang wie möglich so ein bisschen aufzuhalten. Hier drin. Einfach ein bisschen zu nerven. So ein bisschen zu nerven. Doch wieder ein bisschen zu drehen. So. Dann gehen wir die. Okay. Okay. So. 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 ok hat hier noch irgendwas der ist tot was ist das hier? das ist meine Ratten ok bisher läuft es da kommt ja gar nichts dran ok ok wow jetzt kommen die blöden Schöpfe ich wollte sie abnehmen so jetzt diesen Schakti scheiß hasse ich halt wirklich das ist so nervös weil man immer irgendwo in die Katapulte reingeht und da man böse Damage bringt aber dann gut gut fertig endlich ok entscheidender Sieg naja also ohne die U-Shot aber das war gut ne das war schon echt gut die haben alles zerlegt was noch in die Nähe kam die Chesails waren gut dabei die haben wir getaugt die Kanonen stark Katapulte ja es ging also wahrscheinlich sind zwei Katapulte weniger für zwei mehr Kanonen nicht schlecht aber erstmal war das jetzt echt easy das lief das lief echt gut so ich möchte natürlich wieder voll voll sein tschüss geschwindigkeit anrufsbonus nahrung 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 ok so und jetzt ist die Frage ich komme jetzt den kann ich noch abtöten der kann weg krass Cetra vernichtet ah nicht schlecht ok gut ah das könnte ich noch machen tschüss einfach weg gut ob ich das jetzt dann noch brauche ist die Frage aber ich kann es ja erstmal durchgehen lassen weil was man hat, hat man na braucht immer noch zwei Runden na gut ähm ja das wäre nicht schlecht da müsste ich langsam mal drangehen na na so dann ist die Frage oh hier gräbt aber sehr tief Tieferreich Siedlung bäh ok ich könnte aber noch ja das braucht es gerade nicht Nahrung na die Tiefenreiche machen gerade genug Nahrung aber 20 knapp sollte ich gerade nicht tun manche Tiefenreiche gehen halt nicht so gut ne ist halt so muss man auch akzeptieren hier wäre bestimmt noch nicht schlecht genau genau ok ja passt so Krieg ist fertig dann kann ich ihn jetzt fertig leveln die Frage ist was gebe ich ihm noch schatten schatten todesläufer eschen nein schattenläufer basenläufer nein sturmratten das wäre halt ein punkt der macht die sturmratten noch mal stärker ich habe aber später nur eine und das war's weil die redguards wisst ihr was ich mal ausprobieren wollen würde ja das geht so nicht ja schade weil wenn ich jetzt hier einen punkt verballern dann bringt mir der nix dann ist das auch doof einkommensbeute nach der Schlacht da hätte ich bock drauf weil ich könnte ihm noch ein bisschen mehr Rüstung geben ja klar ich könnte ihm noch mehr Trefferpunkte geben klar aber so schlimm ist der grad gar nicht und ich sag mal hier wenn ich hier nochmal 2% rauskrieg und hier nochmal ich glaube das ist schon stark weil er kämpft nicht mehr so viel aktuell dann krieg ich richtig Kohle hier na machen wir richtig Geld ist auch nicht schlecht so hier können wir wieder plündern gehen ja ich sag 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 move so der bekommt irgendwann eine Armee die seiner würdig ist ach 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 dauert aber noch ähm stopp hier warte ich lieber noch geimen kann doch bei Area won't ganz da nö sinn gut who is nö also den lasse ich mal aber der wird natürlich bald weg sein ich mein was will ich mit der armee der assassine ist cool ist das ein warpschmied ist wieder was anderes ne der heißt warpschmied ist aber kein okay und das ist wieder der da wir brauchen okay gut dann gucken wir hier jetzt mal rein die mögen mich aber die sterben halt hier weg wie nix ne schade der sah stark aus aber irgendwie schafft das gegen die zwerge nicht ich würde da gerne mit irgendwem handeln aber keiner kann mit mir handeln der ist halt viel zu weit weg was ich bräuchte das wäre wichtig da müsste ich mal hinkommen ich müsste hier ich müsste hier durch die wüste zack zack bis zur küste aber das ist so ein langer streifen da ist halt nix mit handeln ja schade sehr schade aber gut irgendwann irgendwann werde ich soweit sein und dann dann geht es vielleicht aber naja gut mal schauen ob jetzt crocker und die schädel quetscher stampfer oder wie auch immer so heißen schädel irgendwas ob die angreifen karasa karak der läuft der läuft der läuft der horde von karstein weltenhügelgräber bitte zahn chaos krieger okay die sind stark anscheinend hätte ich auch mal lust chaos zu spielen aber müsste ich mir das kaufen so der haut ab ist okay wo kommt jetzt crocker oder waren die schon oh gefährlich da stehen zu bleiben crocker das ist gefährlich so clan mangel später plan eschen hat plan gritos konfederiert können sie ja machen naja ok wie viel ist das eigentlich wieder wert dreitausend sechstausend einhundert gut das ist egal nahrung ist minus minus nahrung ist nie gut ähm die armee brauche ich jetzt hier nicht mehr hä ich will die armee nicht mehr was soll der scheiß denn jetzt ich brauch die armee nicht weg keine ahnung ich hätte gern aufgelöst ging mir nicht gut whatever so damit ist das problem erledigt jetzt der hat nur saurus einen haufen saurus und einen crocker und das war's das müsste ich schaffen können meine armee müsste stark genug sein das zu schaffen so das probieren wir jetzt aus ok ich muss lernen diese armee führen zu können ansonsten bringt sie mir nichts wenn ich alles nur auf autoresolve mache irgendwann kommt aber eine schwere schlacht die ich mit autoresolve nicht gewinnen kann dann bin ich gebombt ich muss lernen diese armee führen zu können und das ist noch simpel das sind nur saurus die rennen da runter dann rennen sie hoch und kassieren und sterben so das heißt wir haben hier ein haufen katapulte wir haben kanonen so wir haben to sails so zack zack ok so wir haben waffenteams so 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 ah ja tausch mal die mal aus ok 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 wir haben wir haben sogar die wortbombe noch stärker ok hier ist krokar hier hat er das gesegnete leck mich am arsch ok gut ich kann krokar und den scheiß angreifen da muss ich mal gucken wie ich das mach ok boosten 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 hohe van ho yüksek die lo350 nod view ver weil es ist weiter ab So. P.J. Sales. Oh. Gleich den Krocker an. Okay. That's right. That's right. Warblock, Dessert. I'll tell you. 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 So. I'll tell you. I'll tell you. Sehr. Passt's. Wenn ihr den nicht angreifen könnt, dann lasst es. So. Der haut ja ab. Das passt. Okay. Boom. Okay. 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 Jetzt muss ich ja schon drauf, ne? Es ist natürlich jetzt sehr interessant, dass die jetzt alle nicht mehr so wirklich schießen. Okay. Okay. So, jetzt schießen wir hier. Okay. 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 Okay, schon kniffliger Die sind halt schon stark Wie Viecher Okay Das sind doch Sauros-Krieger, die zuversichtlich sind Auch interessant Die sollten da mal abhauen, bevor sie noch sterben Okay 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 She's noch gar nicht Auch interessant Okay Na gut, also ich hab's irgendwie geschafft Ähm, naja Die Katapulte haben was abbekommen Krokka ist entkommen Ja, okay Die Echsen sind stark Die Echsen sind echt stark Na gut Bin nicht zufrieden mit meiner Leistung hier Die, die Rattling Guns Die haben mir wieder zu wenig Schaden gemacht So Ich nehm jetzt aus dem das Geld So Ähm Ja, ne, ich töte den jetzt Hau mal weg Mir wird zwar nicht angezeigt, dass was stirbt Aber Ist mir zu unsicher Ich geh nochmal Solo rein Sollte aber passen Er hat ja nur noch Sauros Ja Das meiste Das schlimmste hab ich getötet Das Bastardilodon Ist weg Krokka ist sehr verletzt Das passt schon So Da können wir uns aufstellen Katapulte dahinter Müsste passen Müsste passen Die Echsen werden abgeknallt Sind so gut wie tot So Na gut Krokka ist tot Der macht das nicht mehr Ne Easy So Ich wüsste gern Hab ich die jetzt richtig gesetzt Können die jetzt schießen Wenn's drangeht Okay, die schießen Sehr schön Machen die da auch gut Schaden Geht's ja Geht's ja Okay 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 Und jetzt! Bleib! Du bist jetzt bereit! Du bist jetzt bereit! Du bist so gut wie ich bin! Quick, Handlinger! Ich bin der besten! Und... Staffman! Du bist nicht so gut! Du bist nicht so gut! Racklinger! Racklinger! Sieht bisher eigentlich ganz okay aus, oder? Die sind beschworen! Die können dann gleich explodieren! Komm! Schönes kleines Boom! Yo! So, verloren haben wir nichts! Pass! Stehen wir sicher da! Entscheidender Sieg! Nicht heldenhaft! Warum? Oder waren sie entscheidend? Ich muss mal gucken! Egal! Egal! Ich bin nur froh, dass ich Lamia verteidigt habe! Irgendwie habe ich es hingekriegt! Holy crap! Bisher! 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 Ich meine, da sind noch Orks da drüben hier! Es sind noch Orks da unten! Aber es geht! Und dann kann ich mir als nächstes wieder da unten das Ding holen! Und dann... Ja! Ich rödel halt mit einer Armee rum und das war's! Das ist halt so witzlos! Ich habe eine Armee und das war's! So! Ab nach Hause! Krokabelsieg! So! Öffentliche Ordnung! Bum 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 bum! Wunderschön! So! Den machen wir noch! Den machen wir noch! Den nicht! Den nicht! Der... Der muss da nicht angreifen! Das gibt's in einer Runde! Okay! So! Der bleibt noch stehen! Ich wollte ja mal gucken, was ich ausbilden könnte! Also ich könnte ihm zwei Gisails geben! Ich könnte ihm zwei Rettling-Kanonen geben! Ich könnte ihm ein paar Katapulte geben! Aber leider nur eine Warblitz-Kanone! Ich weiß halt nicht, ob ich hier... Naja... Was bauen wir hier? Was ist das? Das ist die Glocke! Okay! Hier wird das gebaut! Ich glaube, hier könnte ich langsam mal verzichten! Uh! Hier hat's... Hier hat's richtig Kohle! Okay! Ich könnte wahrscheinlich ein paar Tiefenreiche verbessern! So! Was auch nicht schlecht ist! Ach, das ist noch gar kein Fullstack! Saga! Okay! Whatever! Ähm... Ja! Tunnel ist wichtig! Klar! Und das war's schon wieder mit dem Geld, ne? Krass! Na gut! Das Wolfsland! Das Wolfsland! Knob... Knobblargebiet! Knobblargebiet! Ok! was auch immer ein Knobblar ist! Ich weiß es nicht! Irgendwas wird sein! Naja. Okay. War schwierig, man. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich habe immer noch das Gefühl, sacklangsam zu sein. Aber wenigstens habe ich grob einen Plan. Ja. Dass die auch immer bei mir plündern müssen. Aber ist okay. Macht's ruhig. Nehmt mir das ganze Geld hier aus der Tasche. Ich krieg das Geld schon noch. Weil ich werde diese Goblins komplett zerbersten. Tu's nicht. Tu's nicht. Ja. Leute. Ja. Dann muss ich jetzt da diese Leute angreifen, weil die plündern bei mir und das geht so nicht. Der plündert mir hier Geld weg. Die Frage ist nur, kann diese Armee das schaffen? Okay, erstmal geh mal da hin. Dann muss ich dir den Krieg erklären. Sorry. Du bist hier bei mir am plündern. Das geht so nicht. Schaffen wir. Gut. Tschüss. Selbstschuld. Geht so nicht. Kann er nicht bringen. So. Pass. Achso. Hier unten. Das muss ich auch noch machen. So. Okay. Damit haben wir ein großes Problem schon mal gelöst. Jetzt auf zum nächsten großen Problem. Oder zur kleinen Nervigkeit. Weg. Das gibt halt richtig Kohle. Und weg. Hat den Hinterhalt. Das brauche ich halt wirklich nicht spielen, wisst ihr? Weil der wird wieder buggen. Ich werde die KI wieder abusen. Das können wir uns schenken an der Zeit. Ist einfach so. Ja. Gib Geld. So. Release slaves poor batch. Das ist auch... Nice. So. Da greifen wir jetzt wieder an. Ja. Wenn es ein entscheidender Sieg ist, dann brauche ich das nicht spielen. Boah. Bumm. So. Da muss man echt schnell sein. Dann kann man die KI schön hier abusen. Was ist denn das schon wieder? Ja. Komm her. Whatever. Die sind gefährlich. Aber die kann ich mit Chazales und den Waffenteams dann eigentlich weghauen. Der Rest sind halt alles nur Sauros. Das da. Das da. Nahrung habe ich immer gesagt. Ja. Hier kriege ich Weapon Teams 2. Ja, ne. Jetzt bin ich verstanden. Jupp. Nahrung. So. Der ist endlich fertig. 6 Punkte noch. Was machen wir mit dem? Rettungszauber. Macht ergreifen. Und das klingt stark. Nochmal ein bisschen mehr Damage. Klingt auch stark. Plus 8%. Plus 8%. Plus 15%. Damage. Ja, noch ein bisschen Rüstung. Obwohl. Irgendwie so. Ist halt nicht so einfach alles. passiert. Na, aber okay. Gut. Der hat noch einen Punkt. Genau. So. Der hat noch einen Punkt. So, solche fertig. Brauche ich. Brauche ich irgendwas von der Sache. Irgendwann kriegt er diese Glocke, ne. Ja, genau. Na gut. Ähm. Ja. Schön ausbauen. Obwohl. Mit 10.000. Reparieren wir mal hier den ganzen Bums, damit es hier weitergehen kann. 10.000. Äh. Oh ja. Oh ja. Hier will ich auf jeden Fall Kohle machen. Was wird das hier? Das brauche ich gar nicht ausbauen. Ach so. Ich baue, baue es. Nö. Ja, okay. Warte mal. Stopp. Ah. Im Moment mal Schwarzfels macht aber gut Geld, ne. Ja, haha. Also, sorry. 2.000. Und 15% davon sind mehr als nur hier 15. Egal. Da geht grad nix. Buckelberg. Der hat das schon. Die auch. Ascheberge. Bauen wir das noch hin. Hat das irgendwo noch was, wo ich was bauen kann. Was Geld bringt. Näh. Na gut. So. Karas a karak ist gefährlich. Ja. Ihr haut es mal lieber ab. Also, als nächstes rüber, runter, rüber, runter, rüber, runter, rüber, runter, rüber, runter. Halt alles so, ne. Zack, 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 zack. Schön so zick, zack. Du, 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 dum. Genau. Und dann... Und dann... Ah, hier. Schlecht geworden ist. Das wird sehr interessant. Weil es halt jetzt schon über ne Woche im Kühlschrank quasi ist. Könnt klappen, könnt nicht klappen. Mal schauen. Alle Großhafenbesitzer... Ja, toll. Bin ich nicht. Super. Hab's halt verkackt. Okay. Okay. Gut. Der plündert weiter. Das ist ja erstmal in Ordnung. So. Genau. Ich brauch mehr Wattenteams. Eigentlich müsste ich auch die Glocke ein bisschen hochbauen, ne. Hm. Na ja. Okay. Ne, das ist ja erstmal in Ordnung. Ähm. Geh mal jetzt da hin. Plündern. Ach, der ist leer. Ja, easy. So, der ist einmal außenrum. Jetzt kann er wieder da rum. Ist egal. Ähm. Ja gut. Wenn man hier Nahrung machen kann, macht man Nahrung. Ist klar. Das allein ist noch nicht gefährlich. Ich bin hier schon. Ja, ja. Run, Fools, Fools. Ja, gehen wir mal ins Camp. Die müssen, die müsste ich wieder ein bisschen hochbumsen. Schade, dass die so schlecht sind. Mit denen hätte ich gerne Handel getrieben. Die sind halt so weit weg. Die sind halt so weit weg. Die sind halt so weit weg. Ja, die mögen mich einfach noch. Wir können mal ein Schutzbündnis eingehen. Kann man ja mal gucken. Vielleicht, vielleicht lohnt es sich ja. Ein Schutzbündnis. Weil ein Schutzbündnis ist, dass wir uns gegenseitig helfen. Das ist nicht ganz so fatal wie ein... Äh, wie ein... Militärisches Bündnis. Wo die random irgendwem Krieg erklären und ich muss mitziehen. Ja, du willst Frieden, ne? Ja, vergiss es. Kriegst nicht. Ich bin jetzt auf dem... Ich töte alles Modus. Ich glaube, ich werde auch erst die Echsenmenschen dort weghauen. Obwohl... Muss ich gar nicht. Ey, wir gehen nach Libraß rein. Plündern, ausrauben, bumm. Und dann wieder rein yeeten. Was ist denn das für eine Stands? Das kenne ich gar nicht. Okay. Es wird ziemlich cool, wenn man bei Defensiven... Also wenn man Garnitionen... Ja, und bei Garnitionen auf 30... Ähm, nur durch die Garnition selbst auf 30 Truppen hochgehen könnte. Ich glaube, das wäre ein bisschen fairer dann. Weil dann bräuchte man halt wirklich entweder eine sehr gute Strategie oder halt einfach zwei Stacks, um in der Stadt einzunehmen. Klingt für mich... Besser. Bisschen gerechter. Aber egal. So, greifen wir an. Knapper Sieg, sagt ihr. Dann gehen wir da doch mal... Uh. Ah. Aha. Knapper Sieg. Am Arsch. Das wird Free Win. Das wird ein Free Win. Und da ist eine Engstelle und... Jaha. Viel Spaß. Oh Gott. Das wird easy. Das wird geschehen. Das ist ein Free Win des Todes. Jip jip. Da haben sie keine Chance. Nein, nein. Ja. Geil. Ich meine, der Kanu Schabt irgendwann rufen, ja. Klar. Aber ansonsten... So, die Kanonen. Stehen hier ziemlich beschissen. Dann stellen wir sie halt wirklich eher nur da so hin, oder? Dann stellen sie hier auch. Ich glaube, hier stehen sie mit am besten. Ja, hier können sie alles abmachen. Okay. Okay. Ich muss halt echt gucken, dass die treffen können. Ich bin, wenn du dir das nicht mehr so hinfiehst. Ich bin. Ich bin. Ich bin. So, könnt ihr nicht feuern? Ihr müsstet doch feuern können. Jetzt feuern sie auf irgendwas. Gut. Okay. Ups, das war ein... ...ailpuff. Hm, attack will die! I'm Kreative Manacan! Okay. Ups, das war ein... ...ailpuff. Oh, kommt schon! Yes, yes! I can't guess! Yes, yes! I can't guess! I've got a design! Ready? Steady! Doom! Hälfte mal wieder nix! Find! Halt! Halt! Yes, master! Schießen ist gut! Weakness, weniger! Yes, yes, yes! Blood, wind, hell! Off! Onward! Skapper! Garn! Sontak! Rapping gun! ok ok na leute jetzt kommt die Schabti ok 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 krass man er macht das echt gut ja knifflig so ja 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 Ich meine, es geht noch, aber geil ist halt was anderes. Na ja, ich dachte, ich könnte die Fronten ein bisschen besser halten, aber sei es drauf. Ja, war jetzt nicht gut, aber na ja, muss reichen. War halt doch ein bisschen, der ist gut durchgekommen, also hätte ich nicht gedacht, dass der so, so. Aber ich hatte auch keine Winde der Magie, sonst hätte ich ein paar mehr Frontraten rufen können. Das war sehr seltsam, dass die Winde auf Null waren am Anfang, die Reserve, die Dinge. Also die Warplitz-Kanonen hier haben einen guten Job gemacht, die Rettling-Kanonen nicht so gut, G-Sails. Also das sind die G-Sails, die Rettling-Kanonen komplett. Gar nicht. Okay, so, was kriegen wir? Ein Haufen Narren, das ist sehr gut, das ist sehr wichtig. Ein bisschen Geld, ja. So. So, für drei bräuchte ich das dann. Äh. So. 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 Das Schöne ist, wir fangen ja sofort. Ja genau. Ähm, will ich das hier haben? Schlechtes nicht, jetzt nehmen wir es einfach mal mit. Edelstein-Mine, ja. So, welchen Erlass? Nahrung wäre grad wichtig, ne? Machen wir mal Nahrung. Ja, aber das Geld brauche ich schon. Okay, Nahrung. Ähm, hier die öffentliche Ordnung. Das passt eigentlich noch, dass die immer so schlecht sein muss. Na gut. Boah. Na gut. Weil halt die öffentliche Ordnung so schlecht ist. Das ist das Problem, das ich hier habe. Ja, und die Nahrung ist grad schlecht. Das ist halt noch so ein Ding, ne? Ja. Gut, machen wir mal Nahrung. Äh. Ja. Gut, bisschen Nahrung machen. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Idiot. Ähm, ne, Leute. Ach, Mann. Wie das, ne? Schutzbündnis. Boah, ne, du bist ein aktuell zu Schwachsache. Du verlierst die ganze Zeit. Das macht leider keinen Sinn für mich. Naja. Ja, ich muss die halt jetzt crushen. Äh, Lamia kann sich aber glaub ich selbst verteidigen. Müsste gehen. Hoffe ich. Oh, das wird gefährlich. Okay, okay, okay. Oh, ja. Es wird sehr gefährlich. Toll. Oh, Leute. Aha. Plünder, ja. Wieso plündert der bei mir? Die plündert alle immer bei mir. Merkt er das? Müsste das jetzt nicht hier ordentlich Nahrung machen? Keine Ahnung was das jetzt soll, aber in Ordnung. Gut. Ähm, wie weit kommt der? Ich geh jetzt trotzdem hier hin. Abhauen müsste ich immer noch. Moment. Oh Gott. Ah, sorry. Okay. Ähm, ja. I forbid this. My servant fails me. Bäh. The council's voice. Ja, Moment. Nee, dann... Dann plünderst halt. So. Was das soll, wüsste ich auch gerne. Brauchen wir halt nicht versuchen, ne? Ist halt free. Whatever. Weil man halt einfach durchmarschieren kann. So. Bauen, bauen, bauen. So. Bauen, bauen, bauen. Unterstädte kriegen wir gerade ja aktuell gar nicht. Dann hätte ich halt Ruhe. Glückwunsch. Okay. Ähm. Er braucht halt noch. Genau. Hier genauso. Momentchen mal. Das ist wichtiger. So. Er wird halt da angreifen. Kann mir wieder ein Zug kosten. Da hab ich so keinen Bock drauf. Ich bin ein mighty warrior. Deswegen... Der ist schon geflohen. Der muss tot sein. Ja, jo, Herr Taker. Gut. Bleibt da stehen. Kann ich reagieren. Ja, Lyberas könnte ich natürlich verlieren. Aber der hat grad nix. Ne, der hat hier keine Militärpräsenz und hier auch nicht. Ist also egal. Das hier ist gefährlich. Kann ich nicht verhindern. Interessiert nicht. Glückwunsch. Toll. Okay. So. Krieg ich jetzt bitte Nahrung. Es wäre wichtig. So. So. Aber das alles. Next. Gut. Mehr geht grad nicht. So. Ich hab so Probleme. Da unten bin ich auch super verwundbar. Das gefällt mir gar nicht. Aha. Ich hoffe halt, er weiß, dass ich ihn jagen werde. Also ich... Ich lass den da nicht einfach durch entkommen und whatever. Ist jetzt einmal... Ist jetzt einmal so... Ja. Ja, da müsste ich rankommen können. Das müsste schon gehen. Chaos ist immer noch am wüten. Das ist heftig. Schädelspalter sterben bald. Ja. Weil der wird dann wieder hingehen. Dann wird er wieder plündern. Das wird wieder nerven. So. Ich zieh mich natürlich zurück. Ist ja klar. Retreat! Now, now! So. Wieso gehst du nicht zu Karakorut? So. Der haut ab. Pass. Ähm. Ich würde dem jetzt einen Hinterhalt setzen. Ganz simpel. Das heißt, ich geh hier hin. Hinterhalt setzen. So. Ich bin hier auf der sicheren Seite. So. Wie weit komme ich? Nicht so weit, ne? Erstmal die Plünderer hier wegmachen. Ich bin jetzt hier ein bisschen am rumrödeln. Dass die jetzt gestorben sind, ist doof. Wie weit komme ich? Habt ihr das gesehen? Was da passiert ist? Was da passiert ist? Wahrscheinlich habt ihr das nicht gesehen. Oh! Eisenflösen. Ähm. Ja. Schwierig. Weil. Diese Stadt ist gefährdet. Sehr gefährdet sogar. Okay. Äh. Ja. Mit der Nahrung bin ich jetzt soweit in Ordnung. Siedlung. Aber ohne die Erlasse. Warte mal. 14. Ja. Ne. Die krieg ich nicht mehr. 18. 2. Aha. 30. 20. 4. 48. Ah ne. Siedlung. Ja. Wenn ich das weghau, wird es wieder knack, ne? Brauch ich nur. Wenn das endlich mal gebaut werden würde, der ganze Bums hier. Geschoss. Stärke. Gut. So. Irgendwo wurde ein Tiefreich fertiggestellt. Eisenfelsen. Okay. Gut. Nahrung. Geld. Gefährlich. Schwarzfels ist gefährlich. Krieg hat Hinterhaltjäger bekommen. Läger. Aha. So. 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 Ätzend. Weil Maragg kann sich nicht selbst verteidigen. Hat keine Mauern. Kann nichts machen. Und ich glaube nicht, dass ich zu dem Bums Kopf hinkommen werde. Man, das nervt so. Aber, guck, hätte ich da jetzt Frieden gemacht, würde der mich jetzt plündern und ich könnte wieder nichts tun. Das ist so ätzend. Ich habe halt wirklich Angst, dass ich die Berge verliere. Das darf eigentlich nicht passieren. Könnte aber, ja, tiktok, ne ist nicht tiktok drauf, ne ist egal. So, Hinterhalt, tschüss. Auf Wiedersehen. So. Ich weiß, ich spiele in letzter Zeit sehr wenige Schlachten, aber ich muss die meisten auch nicht spielen. Na, muss man halt. Echt nicht. Clan Rictus. Ja, komm her, ein teuer Seizer. Unterstadt, Steinminenturm, jetzt geht langsam was los. Trätsch, Craventail. Ah, Rictus, nicht Skryer. Ja, Rictus kenne ich gar nicht. Rictus kenne ich tatsächlich überhaupt gar nicht. Na gut. Na schön. Was ist denn das für einer? Hallo. Oh Mann. Okay. Okay. Gut. Ja. Ähm, du, gehst mal bitte nach da unten, weil ich habe hier unten echte Sorge. Okay. Na gut. Okay. Ich schlief's, Bow Bow. Nee. Anlauf lieber schneller. Okay. Ich kann auch keine Hexer bauen. Doch, warte. Da oben. Ja, genau. Okay. Ah, lol. Ricruk Sliceblade ist auch ein legendärer Lord. Kenne ich gar nicht. Von welchem Clan ist der denn? Nein. Wow. Okay. Das ist ja lustig. Das sagt mir gar nichts. Ricruk Sliceblade. Zu wem gehört das denn? Also Trench war Rictus. Aber Ricruk? 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 Ich habe es falsch geschrieben. Ricruk Sliceblade. W afterwards mache ich den Vanguard. Und das mache ich gar nicht. Unig Lord available to Clan Rictus from turn 1. Okay. Dann haben die zwei legendäre Lords. Wäähllelelelelelelelelelelelelelelelelele. Okay. Von neu bênere Charinkielle und regionen. Von anderen territory. ! Ja, laufen die dann zusammen? Melee Defense for Thresh und Charaktere in Region Das heißt, die müssen zusammenlaufen Das Geld habe ich nicht Das Geld habe ich nicht Nee, nee, ich muss da rein und warten Sobald die Ja, da kommt noch mehr Sobald die den Bums haben, geht's Aber solange sie das nicht haben, kann ich auch So, was kostet das? 4.000, das Geld Okay, gut, dann mache ich jetzt hier kurz Pause Währenddessen Lass ich das durchlaufen Mache hier kurz Pause, weil ich auf Toilette muss Genau, genau, genau Das heißt, wir machen das Und jetzt bin ich wieder da und jetzt geht's weiter Und anscheinend haben wir die Runde überstanden Äh, Züchter Clan Ja, kommt's alle her So Dunkle Festung Mach gelb Frotte unclean Okay, jetzt haben wir noch einen bekommen Ja, gut, das war der Der Mutant, genau Höllendinger Der Mutant, genau Höllendinger So, wir werden hier angegriffen Was mega dumm ist Kann man anders nicht sagen Dann Dann Ja Ähm Ähm Okay Das müssten die Schaffen können Ja Ja Ich muss aber Lyberas noch verteidigen Okay Gut Ja, wie gesagt Ich bin hier jetzt echt am rumrödeln Hin und her und hin und her und hin und her Ähm Ähm Ich muss hier zurück gehen Oder wenigstens hier zurück Okay Okay Einfach für den Fall, dass er hier angreift Ich meine, ich bin, ich stehe hier selbst da Da sollte nichts passieren Doch hier dürft ihr nicht sofort rein rennen dürfen können Aber man weiß es ja nie Es ist halt alles Gefährlich Ja Schaut mit dem Geld grad echt doof aus Ich meine, ich mach die ganzen Unterstädte Was auch mal Why Ja gut, dann ist das jetzt kaputt Dann verliere ich da alles Kann ich nicht ändern Weil ich Ich habe einfach zu wenig Geld Ich weiß wie, wie kriegst du Geld Ich mach schon den ganzen Bums Ich krieg kein Geld zusammen Mann, ist das ätzend Weil ich glaub nicht, dass ich das verteidigen kann Tick-Tack-Tor ist Der hat Fliecher Das ist so ätzend Ich dachte halt, die Dünenleute kommen da rein Nicht, nicht, nicht Tick-Tack-Tor Ernsthaft, das soll eine Niederlage sein Glaub ich nicht Das glaube ich nicht Glaub ich nicht Ich habe Warpbomben Ich müsste Warpbomben haben Das glaube ich nicht Da ist halt die Balance of Power totaler Schwachsinn Aber okay, gut Ja dann Dann spielen wir es halt manuell Dem Anderer nicht runter Cool Ich habe keine Warpbomben Why Na gut Gut Okay Die können Alle in Bewegung schießen Okay Okay Gut All i Alles All Das ist Das ist Das ist Weg Die Bescheid Das ist Ja Das ist Du Na, wollt sie aber angreifen? Wollt sie nicht? Na, schafft sie ihn? Oder er nicht? Warum schafft es er das nicht? Das ist eine richtige Frage. Ich wüsste gern, warum wir das nicht schaffen. Wir sollten es schaffen. Vielleicht schaffen sie es auch nicht. Ich muss euch peinlich werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Tanki können Sauros sein? Ach, Leute. Ich dachte, ich hätte die Warp Bombe, aber ich habe die Warp Bombe nicht. Also, cool. Schau mal, die sind komplett umzingelt. In Flanke angegriffen, Flanke offen, gewinnt aber den Kampf. What? Macht absolut keinen Sinn. Aber klar. So, ihr müsst laufen, laufen, laufen. Ja. Ich habe nicht gedacht, dass das so schwer wird. Also, das ist der Befest und das gedacht. Ja, das ist der Befest. Aber sie könnte es geräuschen. Dr. Was versuche ich! Der Befest muss ich! Für uns! Ich habe dich verdanni. Ich werde jetzt noch etwas zuvor. Der Befest ist unfair. Der Befest ist nah. Ich werde sie geräuschen. Und ich werde mich nach unten. Ach, da wäre ich gar kein Schaden mehr. Krass, Mann. Das ist schon heftig. Na gut, dann muss wieder was kaputt, das ist so ätzend, Mann. Die machen halt auch gar keinen Schaden, oder? Richtig ätzend. Die hauen halt Pande ab. Die hauen halt Pande ab. Die hauen halt. Ich krieg's halt nicht hin, ja, keine Chance. Alles wieder zerstört, alles wieder in Pausch. Also wenn das Flankieren nicht mehr funktioniert, hat man halt echt ein Problem. Aber dann muss ich künftig eine Stadt einnehmen, warten bis die gebaut ist, dann die nächste machen. Hm, weil anders geht das nicht. Man merkt's ja. Anders geht's nicht. Die sind alle gefährlich, die sind alle tödlich. Nix in die abhauen. Nein. Ja... Genau. Wir sind auch schon da. Lauf, 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 stop, lauf, stop. doch jetzt laufen die nicht. wieso seid ihr nicht gelaufen. ich mein das ist eh gelaufen, na aber na ja, ist halt eher ruhig, das müssen wir es machen. ok, ja gut, verstehe ich nicht. also macht absolut keinen sinn. klar sauter sind stark, aber wenn du im rücken angreifst, den defensivbonus den sie haben, komplett negierst und das spielt keine rolle, dann ist mit dem spiel was falsch. ist einfach so. weil das darf nicht sein. den einen blob, den ihr gesehen habt, komplett umzingelt. die müssten instant sterben. weil das waren ja keine sklaven, sondern halt, ne. absoluter bullshit. ich sag's wie es ist. absoluter schwachsinn. würde ich gerne, ja. gut, das braucht man wieder. ist wichtig. also im augenblick kotzt mich das spiel eher nur komplett wieder an. sag ich wie es ist. ich hab hier halt nix. das ist das problem. ich war so kurz davor, da was hinzukriegen. ach jetzt sind da mauern oder wie? ich will mich ja nicht verarschen. mehr geht halt nicht mehr. das ist auch egal, ob es pfeffersäcke sind oder sonst was. ich brauch halt hier das geld, ne. warte aber. gut. nahrung passt. machen wir wieder öffentliche ordnung. okay. dass der halt auch durch die leute hier durch rennt, um da anzugreifen. es ist so witzlos, man. aber ich kann es nicht ändern. ich kann da nix machen. es ist wie es ist. genauso ist es. das ist nicht nix. das ist nix. chrisch. es ist nix. ah ein bisschen schwächer geworden. ich muss halt da halt zwar, dass ich die Dings fertig habe, dann muss ich da rüber gehen, dann muss ich wieder da runter. Es ist so viel, weil halt auch jeder auf mich geht. Die gehen nicht aufeinander oder untereinander so ein bisschen, nö. Jeder von denen geht auf mich. Jetzt kommen gleich wieder die Orks. Es ist so ätzend. Ja, klar, gönn dir, mach. Aber da hat er wenig Chancen. Da sollte er wirklich wenig Chancen haben. So. Gut, mit etwas viel Glück. Auf einmal mache ich Geld. Okay, das kann ich mir leisten, das geht. So. So, ja, klar, ich mache Geld, weil ich hier, ja. Weil ich hier plündere. Ja, warte ich jetzt hier. Ich könnte auch hier einfach angreifen. Ja, da hat er ja irgendwas. Knapper Sieg. Angeblich knapper Sieg. Ah ja, er hat halt Streitwägen. Da kommen Verstärkungen. Ja, aber du bist die da. Okay, erstmal umkreisen. Erstmal umkreisen. Okay, dann machen wir das nicht. Vier Katapult hat er. Okay. Dann kann er da ordentlich Schaden bellen. Aber Stufe 4 Rattling-Geschosse sind schon stark. Okay, gut. Ich sag mal so. Wenn ich mich hier hinstelle. So. Jetzt steht der da. Ich verliere das trotzdem noch. Hallo? Ernsthaft? Ich meine, Tick-Tack-Toll ist stark, aber... So stark? Ich habe ein Katapult. Nee, das muss gehen. Leute, das muss... Ich muss, ich muss. Es geht nicht anders. Ich muss da kämpfen. Ich meine, die Bolas sind halt sauergefährlich. Weil die echt bösen Splash machen. Aber die muss ich halt vom Himmel pflücken. Ne? Und ja, dann irgendwie Front, Katapulte, die Echsen mit den Speeren abfangen. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. So, Speer, 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 Speer. So, wo sind seine... Echsen? Da hat er welche. Und da hat er ein paar. Okay. Dann würde ich mal sagen... So ungefähr. Giftwindkrieger sind auch nicht schlecht. So. Okay. 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 Ja, ja, ja. So. Kann man Sturm raten? Ist auch nicht schlecht. Worauf Böller ist das Katapult? Böller, bitte auf die Krieger. Übrigens, wenn der hier so steht, kann ich ihn hier schon mal verwickeln in den Kampf. Das ist eigentlich gut. Sollte ich machen. Klingt sinnvoll. So. 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 So, macht's bitte die Terradon-Reiter weg. Das war zügig. Ja, die machen das hier bumm bumm bumm, das ist klar. Das ist Tick-Tock-Tone. So, jetzt sind sie hier in den Dingern, klar. Okay, ich kann Ratten beschwören, ist gar nicht so schlecht. Ich hoffe, ich schaffe das irgendwie. Plinket mal bitte. Sieht schon wieder so beschissen aus. Ah, hier kriege ich was mit Explosionen. Das muss ich natürlich sehr gut setzen. Sollte es dann ja nachholen. Ich habe keine Ahnung, warum ich das hier bin. Kein Plan. Kein Plan. Legit kein Plan. Legit kein Plan. So. Die Feuerbohlers müssen weg. Macht's die Feuerbohlers weg. Please. Please. So. estado bereit. So. 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 Was hält denn dieser Terradon-Breiter aus? Holy Schäuble, Mann. Macht's kaputt? Kann ich euer Ernst sein, Mann? Das ist so heftig, Mann. Das ist so abwartig. Ich mein, wenn ich die Armee verliere, ja, das ist immer voll einfach, ne? Dass das hier noch Kampfechsen hat. Tötet doch die Terradons! Die machen nichts! Krass! Ich versteh' Skaven nicht. Ich versteh' es nicht. Die hätten schon längst hier alles angreifen und töten müssen. Stattdessen... Er ist halt lost. Ist halt... Ist halt alles lost. Ist halt alles lost. Ist halt alles lost. Alles lost. Hätte nicht gedacht, dass ich so gar keine Chance habe. Aber es ist so. Keine Chance! Keine Chance! Was? Vor allem, ich weiß nicht, ob er jetzt die Belagerung gewonnen hat und deswegen die City bekommt. Keine Ahnung. Ich hab' dem ja gar keinen Schaden gemacht. Weißt du, ich hatte 20 gefühlt Schützen, die auf die Terradons schießen. Macht nichts. Wenn ich irgendwann mal mit nem Terradon wo rumflieg' und dann hat's da irgendwas. Irgendwas, was schießen kann. Instant tot. Instant. Aber hier die, die tanken die Geschosse weg wie nix. Ist so krass, man. Verwundert, getötet, ja whatever. Ja, da kommt der nächste. Glückwunsch. Ne, Charaktion werde ich verlieren. Das ist... Die Stadt ist am Arsch. Hier bin ich auch am Arsch. Das kann ich nicht wirklich halten. Ja, geil. Geil, geil, geil. Weil ich halt die Armee nicht hinkriege. Ich bekomme die Armee nicht. Ja. So werde ich wahrscheinlich nicht defen können. Weil er hat Fliegviecher. Damit kommt er easy über die Mauern und das war's. Ich kann's versuchen, aber es ist super unwahrscheinlich. Vor allem weil er jetzt auch... Ne, das ist lost. Das ist so lost. Egal, dann ist es kaputt. Dann muss ich halt meine Eroberungspläne wieder aufgeben. Mit Krieg wieder rückwärts laufen. Rumrödeln. Ja, hat der nicht viel. Äh, vergisst er uns. Die Gloverdiers sind auch nice. Können aber links, ne? Die Gloverdiers sind auch nice. Können aber links, ne? So. Ja, die Gloverdiers sind auch nice. Können aber links, ne? So. Gut. Genau. Super unwahrscheinlich, dass ich hier irgendwas defen werde können. Wollen wir mal die Warbombe nicht habe. Ich weiß nicht warum. Das ist halt schon echt ätzend. Wie kommen die Warbombe nicht, ne? So. Naja. So. Mit ganz viel Glück kriege ich den noch weg. Wahrscheinlich aber eher nicht. Ich mein, ich versuch's halt, ne? Ich versuche so viel, wie geht, hier zu machen. Aber das kann's dann vollkommen. Jetzt hängt da ein bisschen. Okay. Cool. Aber ist halt dann zu passen. Na, ist halt trotzdem lost. Ich kann hier versuchen, das Zeug zu halten, aber das wird nicht klappen. Keine Chance. Ist halt einfach lost. Okay, wieder was gelernt. Das Wichtigste zuerst sind immer, 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 immer Mauern. Das ist das allererste, was ich immer bauen muss, sind Mauern. Unbedingt Mauern. Ja. Ja. Ja gut. Das wird jetzt hier zerstört. Ah, muss ich mir zurückholen, ne? Hätte ich vor 30 Runden hier Mauern gebaut. Kein Problem. Habe ich nicht, deswegen wird's zerstört. Mauern, 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 Mauern. Mauern, Mauern, Mauern. Sind das allerallerwichtigste. Ohne Mauern kannst du nichts verteidigen. Gut. Das heißt, sobald ich da die Mauern hab, ich werde, ich werde gucken, dass ich wieder eine Armee jetzt ausbilde. So gut wie es halt geht, mit einer Warblitz-Kanotenschlag, nicht tot, keine Ahnung. So Stück für Stück. Ja. Ähm. Damit ich da dann wieder runter kann. Quiek lasse ich jetzt rechts. Hier verliere ich halt, ist halt so, ja, ich kann's nicht ändern. Wenn ich jetzt Quiek zurückziehe, bis der da ist, vergehen halt Stunden, Tage, Wochen, Monate, das ist, das ist es nicht mehr. Unterstatt zerstört, ja schade. Ähm, was ist das jetzt hier? Ach so, ja. Nee. Das bringt herzlich wenig. Die muss ich ja, ja, schade, dass der Ashen-Klan mir hier so Stress macht. Okay. Aber passiert. Chaos ist echt stark dabei. Okay. Ja. Gut. Also ein bisschen Geld habe ich noch. Hier hat es schon wieder Orcs. Komme ich da noch hin? Nein. Nicht wirklich. Aber... Aha. Ja, schade. Okay. Ich versuch dorthin zu kommen. Wenn's klappt gut, wenn nicht, dann ist es halt wieder kaputt. Ja. Teuer alles, ne? Alles teuer hier. So. Legendäre Lords. In vier Runden, in vier Runden, in fünf Runden. Das dauert noch. Na gut. Ist aber egal. Wir können ja erstmal irgendwas nehmen. Mach's dir das jetzt. Aha. So. Der kann nichts ausbilden, was irgendwie nützlich wäre. Schade. Sehr schade. Weil hier ist teuer. Das hier oben ist alles sehr teuer. Hier geht grad nichts, weil wir werden gelagert. Genau. Genau, da kann ich nichts machen. Ja? Okay. Ähm. Ja. Du musst halt erstmal... Ein paar solche. Ein paar solche. Keine Ahnung. Hauptsache irgendwas. Nächstens haben wir hier was. Wieso gehört das jetzt denen? Aha. Das wird immer schlimmer. Na gut. Gut. Mehr geht nicht. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Es sah mal echt nicht schlecht aus. Aber aktuell... Ich mach schon wieder so viele Fehler. Die mich so viel Geld und alles kosten. Schwierig. Es ist halt auch traurig, weil ich sag, ich muss da bleiben, bis die Mauern stehen. Ich tu's nicht. Dann verliere ich's wieder. Dann ärgere ich mich wieder. Weil klar, der wird da jetzt angreifen und wird das kaputt machen. Ganz logisch. Okay. Ähm. Ähm. Ich kann mich nicht zurückziehen. Das heißt, ich muss diese Schlacht gewinnen. Ach du Scheiße. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's lustig. Das ist das Endgame. Wenn ich diese Schlacht verliere, habe ich wieder mit Skaven verloren. Es lief zwar gefühlt besser, aber immer noch schlecht. Done. Dass die alle auch verletzt sind, ist nicht gut. Das Schlimme ist, als erstes kommen die ganzen Helden. Das heißt, er wird mich mit Helden kaputt böllern. Was echt ätzend ist. So. Ich werde mich trotzdem hier so hinstellen. So. Weil hier habe ich so einen kleinen Hügel, der eigentlich perfekt wäre. Für alles hier. Ja, der Hügel wäre echt gut. Das heißt. Also ich stelle die Redlings hier auf. Richard Sails dahinter. Die Kanonen dort so hin. Die Katapulte können hier hin. So. Okay. Es wird alles andere als einfach. Erstmal muss ich jetzt in Position gehen. So. Ähm. Ihr greift bitte den schweren Scheiss an. Du greifst bitte das da an. So. 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 Sobald die Skelettstreitwerke weg sind. Und. Warte mal ein Katapulte. Ihr müsst schon. Ihr müsst schon auf den guten Scheiss hier böllern. So. 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 Santos. So. 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 Wahnsinn. Der Schaden. Der Schaden ist dein. Stopp, stopp! Sprinder Kassel, wach! Und Rats! Voila! Okay. Was ist das hier? Ja. Was ist das? Wirklich? Ich bin der Wettbewerb. Wirklich? 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 Die Rappdinger sterben gerade weg, das ist auch nicht so geil. Die Sterben auch weg, auch nicht so toll. Ich habe absolut gar keinen Überblick mehr über irgendetwas, auch nicht so geil. Irgendwas ist hier drin. Was ist das für eine Einheit? Ja, dass hier so viele Skelettstreitkräfte sind, ist natürlich nicht so geil. Okay, da könnt ihr noch angreifen. Da haut was ab, da haut was ab, da ist was gestorben. Oh, schmierig. Ziemlich schmierig. Gut, ich muss das halt irgendwie besiegen. Irgendwie. Irgendwie. Keine Ahnung, wie nur irgendwie. Und dann ist es auch in Ordnung. Eine Kanone noch? Noch, etwas anderes? Für die Mordgarten wird. Khi Kratz. Hurrt was du gut too? Erhin, ja, tools! Okay, kann den Steam nicht anklicken, auch interessant. Oh boy. Okay. Dann werde ich wieder viel ausbilden dürfen. Das geht mit Reiter, ne? Sie fallen langsam, auch nicht schlecht. Gut. Knifflig. Sehr knifflig. Für die Bamingtani! Ob da noch alles ankommt, Mann. Ich glaube, das ist jetzt aber die dritte Welle, ne? Wie läuft ihr denn alle? Man hört's aufzulaufen. Stellt's auf einfach hin. Huh? Was? Boah, da kommt noch sehr viel an. Viel Mückenguns habe ich gar nicht. So, mehr Schaden, mehr Böllern, please, Moment. Da hat's noch was. Fürsten, der weg muss. Nicht die Flanken vergessen, die sind auch böse. Ich habe so viel verloren. Die Super-Gesails sind tot, die Rattling-Gum-Teams sind einige gestorben. Das ist schon ein bisschen bitter hier. Gut. Vielleicht kommt irgendwann ja die Army-Lost-Penalty von hinten da rein. Das wär doch mal was. So, hier könnt ihr die Reuter wieder angreifen. Okay, der Rattling-Skrival ist auch gut. Okay. Ähm. Hallo. Warum? Warum sind die jetzt da durchgekommen? Das ist ja ganz schlecht, Schaden. Wachstange! Und die Verstattung! Die Verstand umdringen! Ja, ja, ja! Ja! Wala! Kannels auferen! Spielkasten für das! Ah, Schaden umdringen! Ja, die machen nichts mehr. Das ist bedauerlich. Ich hab halt nichts mehr, ne? Das ist das Problem. Ich besitze nichts mehr hier. Schieß doch bitte. Na komm, das war den letzten Ratten. Mehr gibt's nicht. Naches Ende. Klingt halt herzlich wenig, aber okay. Warum wollt ihr nicht tun, was ich jetzt sage? Ich hab alle seine Kommandanten getötet. Das reicht nicht. Aber wie? Sniakil! Blöde Wissens! Wann ist weg? Die Army-Lost-Penalties kommen nicht durch. Wann ist das knapp, aber ich glaub ich verlier's. Aber die Ratten gleich alle wieder Schiss kriegen und dann abhauen. Die haben alle keinen Bock mehr. So knapp. So knapp. Ich kann da nichts mehr machen, ne? Ich hab keine Zauber, ich hab keine Rock mehr zum Rufen. Ich bin komplett all-out. Was ist denn der da vorne? Da stehst du aber nicht gut. Und dann... Oh god, ja, ja. Dübliche Warlock, Mimi! Oh, super... Welchen Monche habe ich noch? Die dürften nie abhauen. Das reicht halt nicht. Die sind alle Super-Law? Aber das reicht nicht. Ich hab halt nichts mehr. Schade, dass der jetzt abhaut. Oh, der will auch erfahren. Man kann in Tomb Kings halt leider nichts machen wie immer. Die das schaffen? Ich glaub's nicht. Nee, jetzt hat Quick auch die Schnurze voll. Und dann wird der auch. Okay, ja gut, ich hab's versucht. Skaven ist schwierig. Ich krieg's nicht hin. Ich hab das ganze Wochenende Skaven gespielt und ich krieg's nicht hin. Weil bis ich die Armee wieder aufgebaut hab, vergehen 20 Runden. Schaff ich nicht. Glaub ich nicht. Klar, der steht da noch. Der kämpft auch noch. Glückwunsch. Aber der... Wenn der Regeneration hätte, maybe. Aber so... Ja, alles tot, ne? Alles tot. Ist ne gute Armee. Ist ne verdammt gute Armee. Gefällt mir. Gefällt mir gut. Das ist die Armee, die ich brauche. Hier halt noch ne Sturmratte oder so rein. Ansonsten passt das schon. Aber... Es reicht nicht. Klar, ich war auch auf Forstmarsch. Das macht viel aus, wenn deine Einheiten müde anfangen. Das macht ne Menge aus. Ja gut. Also ich hab viel getötet. Der wurde getötet. Okay. Verwundet. Verwundet. Der Warblock Techniker, ist der auch gestorben? Weiß ich nicht, ne? Wissen wir nicht. Okay. So. Die Aftermath. Aber ich glaub nicht, dass ich das hier noch groß schaffen werde. Ich hab halt jetzt gar keine Armeen mehr. Nichts mehr. Ist alles tot. Gut. Der stirbt. Cool. So. Was sonst noch? Der kann nicht mehr ausbilden. Auch schade. Klar. Ähm. Wollen wir nicht. Toll. So. Ich weiß ja leider auch nicht, was das ist. Für Stuff. Das ist ein Häuptling. Häuptling. Untergangstechnikus des Wahres. Krieg ist ein legendärer Kommandant. Legendär, legendär, legendär. Fang Leader und Häuptling hab ich noch. Und noch nen Häuptling. Aha. Das würde ja bedeuten, ich muss einen Warblock Techniker neu machen. Das würde ja auch bedeuten, was auch ganz klar ist, dass ich einen neuen Hexer brauche. Komm mal. Gut, dann irgendein... Da geht halt grad nix. Cool. Ja, lokal ausbilden ist grad schwierig. Sehe ich gerade. Ähm. Cool. Das würde ich gewinnen. Schauen wir mal, ob wir das hier liften können. Das geht halt immer noch nicht, weil dieses Gebäude noch nicht gebaut ist. Okay. Ja, gut. Boah. Okay. Das ist halt alles teuer. Äh. Weißt du was, dann nehmen wir jetzt die Rekrutierungskosten. Weil den... Den werde ich eh gar nix machen. Der kriegt jetzt einfach die Rekrutierungskosten. Und Gutes. So. So. Ähm. Das kann er ausbilden. Und... Der Pult. Der bekommt auch so ein bisschen gebundener Dienst, weil der wird auch ausgewechselt. Ja gut. Okay. So. Ich kann grad gar nix machen. Ich muss jetzt einfach mal schauen, ob ich die Armeen wieder hinbekomme. Wenn ja, kann ich es nur mit versuchen. Wenn nein, Problem. Weil wir haben jetzt die Rund 80. Das seht's ja nicht wegs den... Wasserzeichner. Wir sind bei Runde 80. Angelangt. Und ja. Ist schwierig. Ist schwierig. Hab ich hier Mauern? Nein. Aber ich kann das gewinnen. Sehr schön. Gut. Dann haben wir Lyberas wenigstens irgendwie verteidigt. Cool. Mit etwas Glück kriegen wir da sogar irgendwann noch Mauern hin. Wahrscheinlich aber eher nicht. Aber vielleicht schon. Mal gucken. Wow. Wie gesagt, ich spiele schlecht. Ich hab halt ne dumme Entscheidung getroffen. Obwohl mir angezeigt wurde, ich komm nicht ran. Und 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 und. Das war einfach dämlich. Alles dämlich. Dann lieber hier hin. Plündern. Hinterhalt. Irgendwie sowas. Rell. Ja. Ich brauch grad Loyalität. Nee. Mehr kriegst du nicht. Habt ihr es jetzt? Passt? Gut. So. Dann. Der baut einfach nur irgendwas, oder? Ich glaub schon. Okay. Wir holen jetzt erstmal die Hauptarmee. Zurück. Jessails. Katapulte. Ein sowas. Ein sowas. Ähm. Ein sowas. Ähm. Brauch ich noch lang, bis ich den ganzen Bums hier hab. Der steht soweit okay da. Der steht soweit okay da. Bin ich hier wieder voll den Bums eigentlich nicht. Held nicht bewegt. Was ist das für einer? Warlock-Techniker. So. Der wird Creek. Der kann ja da mal hin. Na? Kann man dem irgendwas geben, damit er sich nicht so blöd fühlt? Hier. Du kriegst den ganzen Bums. Das wär auch nicht schlecht gewesen. Voll egal. Spaß. Okay, so. Ich muss jetzt warten, 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 warten. Bauen, bauen, bauen. Hoffen, hoffen, hoffen. Bis die wieder fertig sind. Dann wieder alles weg tun. Dann wieder alles dahin tun. Dann so, dann so, dann so. Der läuft noch. Wenn ich geplündert werde, werde ich geplündert. Da kann ich grad nichts ändern. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Aber gut. Oh Mann. Ja, bitte. Ja. Okay, ich hab Mauern bekommen in Lyberas. Das ist gut. Lami hat auch Mauern. Das ist auch gut. Ich weiß nicht, ob ich Lyberas verteidigen kann. Gegen so ein Full-Stack-off. Wahrscheinlich ist es wieder Krogar und dann kannst du es eh vergessen, weil die Helden so stark sind. Aber ja. Muss man noch nicht sehen. Das hält mich zumindest ein bisschen am Leben. Ja, unten das habe ich verloren. Das ist auch extrem nervig. Na gut. Ja, noch mehr Echsenmenschen. Du kannst es dir halt eigentlich nicht leisten, jemals eine Schlacht zu verlieren auf Legendär. Na und ich habe glaube ich schon zu viele Schlachten verloren. Na gut. Belagert. 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 Konföderation. Klar. Abgewendet. Sehr schön. Gut, ich werde geplündert. Kann ich jetzt nicht ändern. Ist halt so. Gut. Ich könnte natürlich hier... Aber das ist halt schon sehr teuer. Ja. Ja. Aber gut, machen wir mal. Ich kann mit dem Geld gerade eh nichts anderes anfangen. Den Rethos gibt es bald wieder. Das ist gut. Ja. Hier klicken wir uns weiter. Das wäre zu schaffen. Okay. Okay. Ja. Ist Krocker. Mit einer ganzen Menge Fliegzeugs. Ja. Geil. Ja, dann ist das eh am Arsch. Okay. Gut. Dann wissen wir Bescheid. Das ist kaputt. Weil so viel Fliegzeugs... Der fliegt halt einfach über die Mauer drüber und das war's. Kann ich nichts machen. Pestilence forever. Pestilence forever. Genau. Ja. Cool. Hat nicht angegriffen. Okay. Trotzdem wird das vernichten. Das weiß ich jetzt schon. Bündnis. Oh. Lieber das mit den Dünenkönigreichen. Gut. Stört mich nicht. Ich hab schon Krieg mit allem. Ist egal. Aber... Ätzend. Na gut. Na, irgendwie muss ich die Armeen wieder zusammenziehen. Ich versuch's halt. Ich will jetzt noch nicht aufgeben. Auch wenn ich jetzt nur warten kann bis... Naja. Warten. Mehr kann ich grad noch nicht machen. Jo, komm doch her. Der will den Helden wahrscheinlich töten. Puh. Tunnelwegnetz. Okay. Gut. So. Geht immer noch nix. Ich geh's mal da rein. So. Warlocktechniker. Den Bums. Gut. Die Regiments, die brauchen noch. Genau. Eigentlich könnte ich diese Sturmraten holen. Statt dem Scheiß. So. Das sind ja die Sturmraten, die ich haben wollte. Hätte ich schon von Anfang an machen können. Na gut. Gut. Der braucht noch Intriga der 13. Die braucht mich wieder. Das ist wichtig. Die bringt Wums. So. Den Lamia. Ja gut. Dann können wir hier mehr bauen. Mehr Weppenteams. Oder... Die Glocke. Ich hab Nahrungsprobleme. Ja klar hab ich Nahrungsprobleme. Klar. Ich kann nicht plündern. Okay. Da kann man Nahrung bauen. Ist okay. Too weak to betray. Ähm. Ah. Okay. Das ist ein Irgendwas-Typ. Das ist ein Häuptling. Der... Brauch ich zwei Häuptlinge. Weil ich hab schon einen Häuptling. Ja ich hab schon einen Häuptling. Ah. Ich mein... Schlecht ist er ja nicht. Ich kann ja erstmal behalten... Wie teuer ist der? Das geht vom Geld her. Dann behalten wir den erstmal. Okay. Gut. Den können wir jetzt erstmal behalten. Der macht jetzt grad nix. Ich schiebe ihn mal da rüber. Keine Ahnung. Hell no. Mach feier, Scrapman. Mach Wollord proud. Gut. Hier wird immer noch ausgebildert. So. Transiform. Das war dieser andere Häuptling. Ja genau. Der kann auch erstmal bleiben. So teuer. Na gut. Da wird Angriffen. Kann ich nicht ändern. Kann man sich nicht ändern. Kann man sich nicht ändern. Chemry ist auch was wert oder? Müsste ich mal reinschauen. Vielleicht könnte ich da was bauen. Chemry. Bauen. Das Ding 6000 abreißen. So. Hier werden wir angegriffen. Und er kommt mit drei vollen Stacks. Geil. Also bei aller Liebe. Das ist doch komplett lost. Drei volle Stacks. Das tut weh. Weil er hat halt. Er hat halt. Quartels die stark sind. Er hat die fliegen. Er hat neun dick Dings die fliegen. Das ist halt zum belagern. So stark. Normalerweise ist das super schwach. Normalerweise. Weil diese Viecher eigentlich komplett wegsterben sollten. Gegen Geböller. Aber tun sie nicht. Irgendwie sind sie unverwundbar. Ja der hat wieder ganz viele Türme gebaut. Geil. Kann ich jetzt nichts dran ändern. Was ist das? So. Rikaraft. Wir sind bereit. Okay. Wir sind jetzt bereit. So. Das ist die Geschichte. Okay. Ähm. Warte. Er kommt halt sofort mit den Fliegviechern und das ist halt ein Instant-Shit-Shit. Na gut. Klar, ich kann hier versuchen, die irgendwie abzufangen, aber das klappt natürlich immer nicht. Da kommt so viel Quatsch an. Schaut mal, wie viele Bolzen hier fliegen. Seht ihr das? Und wie wenig Schaden macht. Ist doch krass, oder? Ist doch echt heftig. Ja, nee, das ist so lost. Ich krieg ja nicht mal diese Türme hier kaputt, bevor sie ankommen. Keine Chance. Brauche ich gar nicht versuchen. Ich bin halt mal gespannt, wie sie die Belagerung ändern in Warhammer 3. Da bin ich sehr gespannt, weil ja, diese Fliegviecher sind einfach so broken. Also wenn ich irgendwas hab, was fliegt und schick's beim Gegner rein, das stirbt einfach. Immer. Instant. Der nicht. Der hat irgendwie wahrscheinlich 60, 70% Geschossresistenz. Und der ist so nah dran. Ich find das halt heftig. Also, ja. Gut, dass ich das verliere, war aber irgendwann klar. Das wundert mich wenig. Schwierig. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, meine Armee wieder aufzubauen und alles zu crushen. Ich weiß es nicht. Jetzt gehört das dem, hä? Achso, nee, das ist eher nicht klar. Oh Mann. Es ist echt schwer. Das Spiel ist richtig anstrengend. Das ist egal. Noch. Schlimm, ja. Boah. Schlimm wird's halt, wenn sie da wieder mit drei Stacks anrücken, ne. Dann wird's böse. Was ich halt heftig find, ist, dass die Gegner alle zusammenspielen. Halt alle. Tobado. Ah, ja. Hat ja nur ewig gedauert, bis hier mal was vorwärts geht, ne. Aber egal. So. Okay, da geht immer noch nix. Da geht immer noch nix. Okay, das kann ich nicht schaffen. Hält nicht bewegt, hält nicht bewegt. Ähm, Scar ist wieder da. Ich bin besser, als kaltes Blut. Gut. Das ist ja schön. Alle Zutaten sind meine. So. Ein Held fehlt noch. Was fehlt hier dann sonst noch? Zwei davon, glaube ich. Das ist ein Katapult zu viel. Das war ein Katapult zu viel. Ähm. Gisails hab ich. Genau, die kommen noch dazu, die kommen noch dazu, die kommen noch dazu. Dann haben wir alles. Okay, cool. Gut. Teuer. Ja, gut. Ähm. Nose-Eye-Dominate. So. Großer Häuptling. Feigschwanz. Würde ich mir mal anschauen, oder? Angriffsbonus, öffentliche Ordnung. Ja. Schauen wir uns mal den an. So. Das Leben ist billig. Scarven-Sklaven. Aha. Aha. Verlustverstärkungsrate ist gut. Aber Scarven-Sklaven... Ich weiß nicht. Schance für Hinterhalt. Schance für Hinterhalt. Die Schance-Resistenz. Was ist denn gerade okay? Egal. Die Fähigkeit kenne ich nicht. Interessant. Also, ich weiß nicht, ob der irgendwas kann, aber es ist interessant. Muss ja wieder warten. Kann ja sonst gerade nichts machen. Außer warten. Ja, ich wollte bei Camry gucken, habe ich vergessen. Ist egal. Anstrengend. Also, ich hoffe, ich bin halt gespannt, ob ich die Kampagne noch retten kann oder nicht. Mal gucken. Mal schauen. Ist knifflig. Ist knifflig. Ich mache halt irgendwann immer dumme Fehler und es nervt so krass. Aber gut, wenn ich jetzt diese beiden, wenn ich es hinkriege, zwei starke Armeen hinzukriegen. Unterstadt zerstört. Schade. Wurde niederwesen. Ja, sowas passiert auch. So. Das sollte er nicht schaffen können. Ne. Das sollte er nicht schaffen können. Ähm. Ja. Ja. Ich meine, er hat wieder die Ushabti. Klar. Aber ansonsten. Pfff. Dürfte er das eigentlich nicht schaffen. Ist das jetzt da unten? Ich glaube, das ist da unten in den Bergen. Ja, genau. Okay. Okay. Das ist das Ding in den Bergen. Na gut. Wenn ich das verteidigen kann, schaut es mal wieder ein bisschen besser aus. Obwohl Tic-Tac-Toe noch dran ist. Auch gefährlich. So. Ja gut. Wenn er sich so aufstellt, ist das natürlich auch frei. So. Okay. So, können wir so stellen Gut So, jetzt So, macht die Türme kaputt? Die Ramme, ja Okay Okay Schöner Schaden Okay Das haben wir So, wir müssen den Gegner natürlich ein bisschen aufhalten Das ist schon wichtig So Okay Okay So Oh, lol Passt Okay Bush hat die erstellt Sehr lustig Schöner Schaden Das hätte eine gute Wartbombe werden können, aber wenn die jetzt fliegen, bringt das herzlich wenig Ich kann da noch eine Wartbombe versuchen Ansonsten Na ja Ah ja, das Tor ist plötzlich doch kaputt Stand zwar nirgends dran, dass es angegriffen wird, aber okay Genau Jetzt kommen sie rein Schade Die haben auch Okay Okay Der Turm sollte eigentlich mir gehören Okay Ich habe hier viel mehr Truppen stehen, aber Interessiert das Spiel nicht Lauft's doch bitte mal dahin Ah, die Wehrstadt muss verteidigt werden Das ist wichtig Bitte die Wehrstadt verteidigen Die darf Der Gegner nicht bekommen Laufen Schneller Bitte Leute Alles andere ist egal So Die sind kaputt Das ist nicht Das ist nicht Das ist nicht Das ist ein König irgendwas Der tut natürlich weh Weil er unbesiegbar ist Der nimmt halt gar keinen Schraub Der hat ein bisschen Schaden gemacht, ist okay Amilos Okay So, wir konnten es irgendwie verteidigen Problem ist, Tick-Tap-Toe kommt als nächstes Und der ist stärker Der ist viel stärker Aber gut Wir haben es zumindest verteidigt So irgendwie Ja, okay Naja, das gibt wieder ein bisschen Geld und ein bisschen Nahrung Besser als nix Schwierig Sehr schwierig So langsam nur solche Bums am hinsen geht es noch Aber Tick-Tap-Toe Krok-Arm mit seinen neun Fliegviechern Wenn ich die Chesails, die Warblitz-Kanonen und die ganzen Rattling-Guns hab, dann geht das Dann pflücken die die vom Himmel Aber Schwierig Sehr schwierig Alles sehr schwierig Weil eigentlich wollte ich bloß 1-2 Stunden aufnehmen und Gutes Kann ich jetzt aber wieder voll vergessen Hungry Clamrads, let them feast Tick-Tap-Toe Okay So Gut Es wird wieder geplündert Eckgrund zerstört Wo war das denn? Zeig doch mal Ah ja Okay Dafür ist hier was wert Oh Ja Doch, da seh ich mich Da seh ich mich Hier wird geplündert Angegriffen Ja, Tick-Tap-Toe Na mal schauen So, wie lang noch Bis Maastrkommander Maastrkommander Aha Zwei Runden Okay Gut Zwei Runden Warten Durchhalten Pfff Lass Oh man. Geld wird auch wieder knapp, knapp, knapp. Ist aber auch klar. Da ist die Rebellion. Tektokto greift an, genau. Knackig. Also ob ich das noch schaffe? Ich hoffe es wäre cool. Es wäre echt cool, aber es wirft mich so weit zurück. Ja, mal schauen. Also eine Armee, das wird Queaks Armee sein, die muss nach rechts. Die andere Armee, die stehen halt auch schon wieder total dumm da. Die muss nach unten. Darunter. So. Lamia wird angegriffen. Drei volle Stacks. Leute. Selbst damit werde ich das wahrscheinlich nicht schaffen. Aber gucken wir mal. Mal schauen. Schauen wir einfach mal. Vielleicht ist ja doch was machbar. Mit Stufe 4. Böller. Türmen. Muss man halt mal gucken. Dann muss man mal schauen. Mal gucken. Ich habe die Warblitzkanone, die hilft mir halt herzlich wenig gerade. Na ja. So. Ich habe halt keinen Hoch-High-Ground. Na, habe ich nicht. Hallo. Okay. Gut. Oh. 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 Okay. Okay. Giftwindkrieger. Das ist ja eigentlich auch schon mal nicht schlecht, oder? Genau. Wenn die da hinstehen können zum Böllern, ist das nicht schlecht. So. Oh. So. So. Was geht hier mit dem Kabel ab? Irgendwas ist hier. Es geht hier mit dem Kabel ab, irgendwas ist hier. Wobisch. Boom. Ah. Aber Eyes on the. Ach was, irgendwie so? Ich bin mal gespannt wie der Schaden jetzt ist. Die Reichweite ist gut, die Reichweite ist gigantisch gut. Ah, voll weiter. Also ich mache einen guten Splash, wenn ich die Dings ließe. Aber Singletarred wäre nicht so. Die Reichweite hier ist schon geil. Hier kommen die ganzen Fliegviecher. Die müssen weg. Da ist ein Krocker, da ist ein Torvall. Da ist ein Krocker. Da ist ein Krocker, 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 da ist ein Krocker, da ist ein Krocker. Die Fliegviecher machen einfach mega Stress. Und gegen die kann ich nichts machen. Ich kann gegen die Fliegviecher nichts machen. Das ist das Problem. Alles andere kriege ich echt gut weg. Aber das Fliegzeug, das wird mich so töten. Und ich kann nicht drauf bauen. Und ich kann nicht drauf bauen, die Army Lost Penalty zu bekommen. Das kann ich voll vergessen. Wie komm ich denn? Ähm. Das ist halt so das Ding, ja. Ich hab die Warplitzkanonen, das ist gut. Aber die machen hier einfach kein Damage. Die werden rausgenommen, das war's. Mann, ist das ährerlich. Der Turm wurde zerstört, Aufentrissung. Also Tier 4 Settlement, ja. Geil. Auf jeden Fall. Aber... Gegen die Armee, keine Chance. Eigentlich wollte ich irgend so ein Bumsgras. Das bringt aber herzlich wenig, ich sage. Ne, das Lamia ist Lost. Schade. Ich hätt's defen können, wenn ich halt meine Armee nicht verloren hätte. Aber ist jetzt nun mal so. Muss ich's mir halt zurückholen, ne? Es ist halt einfach... So ist das halt. Schwer, 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 tough. Das Zeug zurückzuholen ist nicht einfach. Die sind unerschütterlich, die Seuchen. Manche, ja, die bellern halt, ne? Instant Army Loss Penalty. Ja, ja, geil. Okay. Also die Level 4 Türme finde ich richtig cool. Die machen schon ordentlichen Schaden. Bringt halt nur herzlich wenig. Also der Schaden ist da. Der Schaden ist extrem da. Aber gegen diese Fliegarmee... Keine Chance. Da schaut's mal, was die Damage raus bellern. Das ist schon cool. Das ist schon echt cool. Aber das reicht halt nicht. Ich dachte, das Fliegzeug kommt vielleicht später ganz zum Schluss. Dann hätte ich eine Chance gehabt. So... Ne. Oder halt immer mal wieder eins. Das sind's nicht alle neun auf einmal. Aua. Na gut. Damit ist das kaputt. Er wird's wahrscheinlich einnehmen. Ah, teuer, 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 teuer. Alles teuer. Alles teuer. Alles teuer. Ja gut. Ich versuch's nochmal. Wie gesagt, ich versuch's nochmal. So, er hat's eingenommen. Bisschen in Ordnung. Darf er ja... Schwer. Sehr schwer das alles, ne? Ja, Rebellion. Verloren. Untergang. Unterstadt fertig. Auch nicht schlecht. Okay. So. Ja, der bleibt da erstmal stehen, wo er ist. Obwohl... Weiß nicht. Feig. Okay, ähm... Die brauchen noch. Ja, ja. Der ist eigentlich fertig soweit. Ist ja ziemlich. Weil da fehlt jetzt nur noch... Skig... äh Quiek. Nächste Runde. Und dann die drei... Regiments of Renown. So. Abgefangen. Kaputt gemacht. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Komm ich da noch hin? Jupp. Dann machen wir die auch noch kaputt. Get the things, ja. Okay. Okay. Gut, dann. bekommt er jetzt alles weggenommen hat er hier noch das hat er schon das noch okay ja ja da geht nix der rest so munition und der bei dem weiß ich noch nicht wie die armee wenn der ausschaut das muss ich mir erst anschauen vorher kann ich da nix groß machen und die katapulte hat er ich könnte ihm eine warblitzkanone geben er bräuchte aber noch mehr ding schredder jesails aber ich brauche erst die andere armee erst muss die andere armee fertig werden das schaut jetzt schon nicht gut aus mit dem geld dabei bin ich schon auf stufe fünf von der nahrung das hat alles garbage hier das ist echt schlecht ja der greift an glückwunsch ist egal so belagerung aufgehoben warum das auch interessant da kommt noch mehr also man darf halt wirklich keine schlacht verlieren ich glaube ich habe wieder zu schnell expandiert irgendwie der anfang war gut bis bis turn 50 lief es danach wurde es echt schwer weil ich da fünf mal angegriffen wurde hier dann habe ich da drüben verloren da unten mauern immer mauern ich meine die halten nicht gegen alles aber sie halten schon etwas kann ich gerade nicht brauchen so quick ja auf und ab und auf und ab ist das schon wieder so cool so quick hat das alles whatever so So. Zwei Runden braucht er noch. Okay. Ja gut, der... Ja, aber das wäre schon gut, wenn ich das hier halten könnte. Schaffe ich das oder nicht? Ich schaffe es. Geld ist richtig. So. Haben, nicht haben, whatever. Warblock Techniker geht nicht. Dingens geht auch nicht mehr. Ja, ja. So. Deep Warrants. Gut. Dann. Die sind nicht schlecht. Chazales wären nicht schlecht für ihn. Und halt wieder diese Waffenteams. Aber... Geht nicht mehr. Mehr gibt nicht mehr. Ne, ich muss erst da rüberkommen. Okay. Naja. Chazales kann man ja mal machen. Small Splash. Warpfeuer. Gegen große Feinde. Kommt da noch irgendwas dazu? Wahrscheinlich nicht. Jetzt lassen wir das erstmal so. Der steht halt jetzt da oben. Ist jetzt halt so. Krieg geht mal da runter. Um da zu helfen. So. So. Forschen. Mehr Nahrung. Das ist wichtig. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Gut. Jetzt bin ich gespannt. Krieg ich da unten im Bums weg? Kann ich Mauern bauen? Mauern, Mauern, Mauern. Ich muss das da unten töten. Mauern bauen. Dann muss ich die Truppen austauschen. Die Armeen switchen. Dann muss ich wieder rüber und alles klatschen. Was ja machbar ist. Aber halt schwierig. Es hat mich halt jetzt wirklich 20 Runden zurückgeworfen ungefähr. Was eine Menge ist. Aber gut. Die Tiefenreiche stehen noch. Das heißt, da kann ich noch was mit anfangen. Den Rest muss man dann halt sehen. Alles nicht so einfach. Gut. Anrufung. Schwertes Cain. Das ist nicht schlecht. Der braucht noch. Aber selbst... Es ist fürs Erste. Der da. Weiter hier hin. So. Trätsch. Der braucht... Oh Gott. Na ja gut. Aber ich hab noch eine Menge... Ja, das geht schon. So. Zwei Chazales hab ich hier. Gift Windkrieger. Ich hätt schon gern mehr Warblitzkanonen. Hol ich mir jetzt noch eine. Irgendwann hab ich halt zwei Warblitzkanonen. Dort. Irgendwann. Irgendwann. Der ist genauso schwach wie ich halt. Na gut. Schauen wir weiter. Ich werde von allen Seiten angegriffen. Krop gar kommt dran. Hinterhalt verhindert. Tic-tac-toe kommt dran. Ja alter. Alter. Ich find's halt krass, dass die alle miteinander irgendwie so verbündet sind. Also nicht wirklich, aber schon irgendwie. Weil die nichts gegeneinander machen. Alle gehen sie auf mich. Weil die könnten sich auch gegenseitig kaputt machen, aber das tun sie nicht. Ne. Das ist so. Boah. Ne. Ich muss halt gucken, dass ich hier irgendwie verteidige und überlebe. Keine Ahnung wie. Mal schauen. Ähm. Queek rennt jetzt runter. Sichert da den Scheiß. Und dann ist gut. So. Das heißt, Queek bekommt jetzt dieses Waffenteam, dieses Waffenteam und dieses Waffenteam. So. Und dann können wir jetzt angreifen gehen. Voll egal wo wir angreifen zuerst. Voll egal. Tschüss. So. Also Queek lebt wieder. Niedrig. Tschüss. Zerstört. Waffenstärke plus 10. Kriegt der da. Ja. Gib Geld. 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 Vollring. Brauchen wir nicht. Next. Töten. Hinterhalt nicht. Tschüss. Gibt's Geld. Geld ist gut. So. Weiter geht's. Geld ist mein. Mein. So. Das ist nicht viel wert. Plündern. So. Das ist schon wieder so viel wert. Macht aber kaum Geld. Stimmt. Das habe ich verschätzt. Gut. Egal. Hier stehen wir halt rum. Könnt' ich machen, wär aber nicht klug. Alter, was da schon wieder ankommt. Geh, geh, geh! Okay. Ja. Doof. 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 Andererseits. Warte mal. Moment. Es sterben... Ein paar Clanraten. Und ein paar Clanraten. Dafür ist das weg. Machen wir jetzt. Ist mir jetzt egal. Das ist okay. Weil der ist gefährlich. Crocker ist einfach gefährlich. Der muss weg. Wenn ich den so weg krieg, soll's mir recht sein. So. Gut. So. 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 Noch ein Häuptling? Ich hab' keine Ahnung, ob man jetzt noch schreibt. Ein Riek Kruk. Ein Riek Kruk. So. Ähm. Tretch. Erstmal. So. Erstmal bleiben die da. So. 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 Okay. Gut. Das sind die. Das ist das. Das noch. Gift für den Krieger. Gegen große Feinde. Achso. Da sind jetzt ein paar Clanraten gestorben. Na gut. Whatever. Katapulte habe ich. Giselles habe ich. Gift für den Krieger habe ich. Dings. Das wird schon mit der Zeit. Der braucht halt noch Zeit. Für ne Armee. So. Was kriegt der alles? Kann der irgendwas? Bewegungs... Warte mal. Hab ich Tretch überhaupt schon? Hab ich nicht. Oh Gott. Ja. Haben oder nicht haben. So. Boah. Wieso nicht. So. Quiek. Das passt. Der Warlock Techniker hat gar nichts. Ist nicht gut. Widerstandstraum. Nee. Widerstandstraum. So. Okay. So. Okay. Ah ja. So. Was kriegt der hier? Ist das interessant? Das ist nicht schlecht. Ähm. Okay. Gut. Generierte Nahrung. Okay. Geil. Nee. Sturmratten. Okay. Klar. Wieso nicht? Oh. Das hier bräuchte ich natürlich auch noch. Na gut. Ist jetzt nicht perfekt. Aber ist jetzt erstmal egal. Wer macht hier so sein Stuff? Das passt schon. Okay. Dann kriegt der hier den Quatsch. Den Quatsch. Der Quatsch. So. Der Quatsch. So. 700. Der Quatsch. Das sind halt jetzt keine Superarmeen, sondern halt so. Joa Armeen. Na geht schon. Und hier kommt doch irgendwas dazu! Irgendwas. Voll egal. Schauen wir mal, ob und was das wird. Ich hab keine Ahnung. Irgendwann wird's mit dem Geld halt auch echt, echt Bananen. So, ich muss mir mal kurz die Nase putzen. Gut, fertig. Wir werden geplündert, wir werden angegriffen, wir werden belagert, wir werden alles. Da sind noch Feinde. Es hört nicht auf. Ich weiß nicht warum, aber es hört nicht auf. Was ja einerseits gut ist, weil ich Geld dadurch farmen kann und Nahrung und alles, aber ätzend. Dass diese Bums-Typen so stark sind, ist auch peinlich für mich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Armee. So, Tratsch. Du kannst natürlich da wieder drauf gehen, aber das bringt jetzt nichts mehr. Also langsam verliert der nämlich hier das an Power. Der hat aufgehört auszubilden. Der dachte sich nur, kein Bock. Okay. Gut, dann lässt das. Ich weiß nicht, ob ich hier Giftfind-Krieger haben will. Kann ich grad nix dran ändern? Ja. Cool. Ähm, ja. Warum nicht? So. Geld. Mäuerchen. Das hier. Das hier. Die Glocke. Anders geht's grad nicht. Den Greysir. Ich mein, ich könnte versuchen hier auf den Greysir zu gehen. Ich krieg halt einen. Plus eins. Hatte ich nicht irgendwo mal... Das wär mal nicht schlecht. Ja. Den Schreiber. Genau. Der wär echt mal nicht schlecht. Der wär echt mal nicht. Der wär echt mal nicht. Das schrecklich. Das ist doch schwer. Und der wäre nichts. Die Ecke. Und der. Du sollst töten, wenn du eine Chance bekommst. Du schmerzt wie ein Gräser, Sier. Ja, nee, ich bräuchte immer einen. Aber machen wir das jetzt so. Wir brauchen Nahrung. Das haben wir hier. Den Wurms. Na ja, gut. Okay, wir versuchen weiter durchzuhalten. Weil das ja so viel Spaß macht. Ich würde tatsächlich mit Krieg einmal außenrum wieder plündern. Alles angreifen und plündern und Geld mitnehmen, was ich kann. Weil das einfach Sinn macht. Alter. Ähm. Andererseits, naja. Okay, wir werden angegriffen. Auch wieder sehr interessant. Von den Tomb Kings. Drei Stacks. Ich habe aber Katapulte. Ist halt jetzt mit der Nahrung doof. Kann ich jetzt aber nicht ändern. Das Gefecht muss ich führen, so gut wie es geht. Ich muss schauen, dass ich die Katapulte verteile. So gut wie es mir machbar ist. Ich komme jetzt so gar nicht. Es ist schon wieder 11 Uhr. Den ganzen Vormittag schon wieder nur gesuchtet hier. Furchtbar. Ich hätte es halt dazu nie kommen lassen dürfen. Weil jetzt bin ich so in der Petrouille. So. Okay. Okay. So. Ein Katapult hier hin. Ein Katapult... ...hier hin. Ein Katapult hier hin. Und ein Katapult hier hin. Er hat nur diese Türme hier. Warte mal, wo haben die? Die haben Schilde. Dann können die nach oben. Genau. Okay. Dann noch ein Katapult, okay. Auch nicht schlecht. So, was steht jetzt hier noch? Rik-a-Rak! Klan-Rot Spears! Rags Craventail! Leader-Boss! Klan-Chicken! Klan-Rot! Klan-Rot Spears! Okay, ähm, ja. Alter, ich hab keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll, aber... Okay. Ich meine, das meiste sind nur Skelette. So. Das meiste sind nur Skelette. Da drüben wird es ja gefährlich, ne, aber... Na gut. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Bitte auf das Türmchen. Schöner Schaden. Schöner Schaden. Schöner Schaden. Schöner Schaden. Schöner Schaden. Okay, das müsste kaputt gehen. Sollte. 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 Haben wir alle Türme zerstört? Ja, ist ja schon. Gut, 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 gut. Ist ja richtig. Genau. Sollte. Okay, schön. Schön, schön, schön. Sollte. Sollte. Was? Was? Es hat schon angefangen. Was? 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 Das passt so weit, ne? Ich hab natürlich gern, dass ihr die Streitwägen und Ritter und Reiter und so weiter tötet. Weil das sind die, die wirklich bösen Schaden machen. Hallo? Vielleicht kann ich hier ne gute Bombe hinkriegen? Nein, nein! So, was ist jetzt hier passiert? Uschabti. Ihr müsst da abhauen. Ihr müsst da drauf gehen. Was ist da oben jetzt? Nichts. Schade. Komplett zerberstet. Ich weiß nicht warum. Wir haben einfach keinen Bock mehr. Aus random reasons. Okay. Die Nächsten, die keinen Bock haben. Schade. Gut, alle Katapulte verlieren ihre Wirkung. Ist natürlich sehr gefährlich. Schade. 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 Vielleicht sammeln sie sich ja irgendwann wieder. Ist ja gut. Ich wär sowas sehr gut. Aber mach schon. Schade. Noch mehr Retreat. Retreat. Ach. Da müssten die schlimmsten Uschabti des Lebens gewesen sein. So, da sammelt sich wieder was. Okay. Gut. Die hauen immer noch ab. Schade. Obwohl sammeln sie sich noch. Das wäre sehr schön. Wie könnt ihr denn wirklich mal die aus der Nähe angreifen? So, ihr Seuchen, Leute. Kommt ihr noch oder seid ihr wirklich komplett weg? Schade. Die sind komplett abgehauen. Na gut. Und sie hauen wieder. Schade, Schade, Schade. Die Katapulte werden sehr wichtig. Ne? Zum Verteidigen. Es wäre sehr wichtig, diese Katapulte meinen eigenen nennen zu können, zu wissen, Hey, die machen noch was. Aber es soll wohl nicht sein. Vielleicht sammeln sie sich ja doch. Da rennt noch irgendwas anderes weg. Interessant. Vielleicht kann ich ihnen ja jetzt ein bisschen helfen. Jetzt haben sie ja ein bisschen durchbekommen. So. Ah ne, die sind komplett abgehauen, ok. Was heißt, hier stehen jetzt Katapulte rum, die keiner mehr benutzen kann. Schade. Na gut. Skilettkrieger. Da kann man noch angreifen, genau. So. Wäre das hier eine Bombe wert? Ich würde sagen schon. Andererseits kann er die noch lassen. Weil vielleicht überleben die das sogar. Und schaffen es dann noch, hier rein zu rennen und da zu explodieren. Das wäre noch viel besser. Ja, nur sie auch noch. Das hat bis da oben gescheppert. Okay. Na gut. Na gut. Oh nein. So. Okay. Die nächsten, die aus irgendwelchen Gründen Angst haben und abhaben. Warte mal. Nee, noch keine Katapulte. Verstehe ich nicht. Sehr seltsam. Aber okay, so ist es. Gut. Haben wir nur noch zwei Katapulte, die Lust haben, zu kämpfen? So. Muss die mal anständig schießen hier, ne? Furchtbar. Feiglinge fliehen. Natürlich. Klar. So, die Türme muss ich wieder besetzen. Die sind wichtig. Die muss ich behalten. Die Türme sind schon wichtig. Okay. Gut. Bisher stehe ich noch defensiv da und mir geht nur langsam die Puste aus. Skelettstreitwagen bitte töten. So. Die Bogen schützen. Die Türme machen natürlich schon Schaden. Was ich noch machen kann ist natürlich, sobald hier die Munition weg ist, auf die anderen Katapulte rüber zu greifen. Das werde ich auch machen. Das werde ich auch machen. Jeden Moment. Aber das dauert noch ein bisschen. So. Das heißt, ihr geht's weg. Nehmt jetzt die da. Und ihr nehmt jetzt weg und nehmt jetzt die da. So. Mal sehen, ob das klappt. Hier jetzt Katapulte. Dann schauen wir mal, dass wir die Katapulte zerstören können. Leider habe ich nur noch eine Ratte. Die muss das jetzt reißen. Aber okay. Vielleicht schafft sie es. Die haben auch keine Munition mehr. Ach schade, die nehmen das mit. Was? 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 Bedauerlich. Das ist jetzt. Okay, dann bringt das alles herzlich wenig. Okay, dann bringt das alles recht wenig. Ja, wirklich. So. Ähm. Ich konnte ein Katapult töten. Die restlichen leben noch. Das ist jetzt ganz doof. Weil, ja. Aber, dann bin ich auch am Ende der Belagerung angekommen. Also wenn jetzt die Katapulte kommen, bin ich wirklich, glaube ich, am Ende. Ist nicht schlecht. Das heißt, denen müsste bald die Puste ausgehen. Mal gucken. Wir sind glücklich, Helmikant. Der ist full life. Vielleicht kann der ja was machen. Vielleicht kann der ja irgendwas nutzen. Der Turm wurde zerstört. Schade. Ich brauche die Türme nämlich eigentlich. Aha. 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 Na ja. So. Jetzt locken wir ihn mal her. Der müsste doch jetzt hier ordentlich kämpfen können, oder? Also ich hätte halt gern, dass er die Katapulte kaputt macht, aber Das geht grad schwierig Okay, der hat Regeneration, das ist gut Und der ist schwer zu treffen Damit müsste er eigentlich ganz gut dabei sein Das könnte klappen Aber nicht, wenn hier ein König ankommt Ja, der ist gefährlich Okay, versuch mal abzuhauen Versuch mal abzuhauen, versuch mal abzuhauen Okay Sehr genau Okay Okay Oh Gott Also wir könnten mal mit raus und versuchen Was zu machen Ist halt ne heftige Belaberung Wollt ihr euch vielleicht noch woanders hinstellen Und damit der Turm nicht kaputt gemacht wird Ich glaub das wär ganz gut Ja, ich denke mal abzuhauen, wasser Ich habe keine Ahnung, wasser Ich habe das Ich habe das schick das war und dann kommt er nur aufs maul gefällt mir nicht hallo oh wow macht er viel schaden Ja nun, die haben halt noch sehr viele Truppen übrig, wenn der mal durchs Tor rennen würde, oder? So, ab mit Sicherheit, danke. Ich würde das jetzt schon mal als Problem bezeichnen, weil... Naja... Ich habe hier halt nichts mehr. Und gegen Setra und Tor habe ich halt auch gar nichts. Das Tor gibt bald nach. Schwierig, schwierig, schwierig. Bald sind sie durch, genau. Skelettreiter, die musste ich noch bekamen. Er wartet halt auch so geduldig, ne? Ich will das halt nicht verlieren, ne? So, das Tor ist gleich kaputt. Der hat Regeneration des Todes, bringt mir also gar nichts, den anzugreifen. Ich tue es natürlich trotzdem, aber... So, Tor ist kaputt. So, alle drauf da. Alle drauf auf Setra, ne? Alle drauf, alles tut. So, jetzt ist halt die Frage, schaffen sie das oder nicht? Ich würde den gerne anrufen. Jetzt kommt halt echt alles. Jupp, jetzt kommt echt alles. Aber den einen Hammer, das ist gut. Ich finde noch der andere. Okay, scheinen wir auch zu bekommen. Gut, gut. Schade, die hauen auch an. So, feindliche Kommandant ist wieder verwundet. Sehr gut. Dann machen wir noch ein bisschen Führerschaft. Schwierig. Schwierig. Schade! Ja! Wir werden alle wegwerfen. Wir werden alle wegwerfen. Wir werden alle wegwerfen. Wir werden alle wegwerfen. Ha. Ich weiß nicht, ob ich das treffen werde. Keine Ahnung. Das kann ich euch nicht sagen. In einem Fall kommt. Ich kann dich nicht wegwerfen, wie schön. Ich brauch dich nicht wegwerfen. Ich muss mich nicht wegwerfen, dass ich es muss, aber ich werde einmal wegwerfen. Ich muss mich nicht wegwerfen. Ich muss sonst wieder wegwerfen. Wir werden noch ein bisschen wegwerfen. Ich weiß nicht, ob du willst. Ich muss das wegwerfen. Ich würde die wegwerfen, aber ich kann mit mir dazu eben wegwerfen. Ich bin das wegwerfen. Und wenn das wegwerfen. Irgendwann geht ihm die Munition aus, aber bis dahin, das ist halt echt... Jetzt hauen die auch ab. Die haben noch anständige Führerschaft. Die eigentlich auch noch. Oh, der hat die Schmerze voll, ok. Naja, jetzt kommt der nächste Bombs. Es ist so knapp. Also die stehen ja schon. Die nehmen Schaden und sterben. Auch nicht schlecht. Noch ein Turm zerstört, schade. Ich weiß halt nicht mal, ob es sich lohnt, diese Schlacht so zu schlagen, weil... Krieg ist unten. Der andere Typ seitlich ist nicht stark aktuell. Ja, keine Ahnung, was ist das alles? Ist alles nicht so mächtig, ne? Gut, da kommt irgendwas rein, geht kaputt. So, hier kommt man mit dem König angefahren. Wenn ich den töte, ist vielleicht danach die Bindung weg. Weil ich glaub, dass der letzte Quentin noch hat. Dann hätten wir es geschafft. Jetzt warten wir kurz. rein da muss auch noch rein, das ist wichtig so, den töten der ist weg easy jetzt fangen sie doch langsam an kaputt zu gehen, oder? nicht? immer noch nicht? doch, oder? erhöhte Position was alles Boni gibt erhöhte Position, aha ja, cool ja, das Gewettkrieger können wir weghauen oh wow, Mann gut der Turm erfüllt keinen Nutzen mehr das heißt, er wird jetzt abgelegt das wird zerstört der Turm wäre allerdings schon richtig was kommt hier noch rein? Skelett-Waden schützen ja, ja ja, ja ist schon richtig so, jetzt ist Army Loss endlich durch holy crap, Mann das hat gedauert das war super knapp muss ich ganz ehrlich sagen das war super knapp krass, Mann krass, Mann schafft er das? oder geht der jetzt dran kaputt? oder schafft er das? jetzt flieht der auch noch ach, Leute ab zur Wehrstadt gut, also alter Mann ich weiß halt nicht mal, ob es das wert ist aber es ist cool es war halt mal eine spannende Belaberung aber es ist halt auch dumm wenn der KI einfach mit allem drauf geht, was er hat dann ist das halt vorbei so naja krass unglaublich das war echt krass das Problem ist halt es steht dann also die Türme sind kaputt so dann steht da noch ein Malus düsterklinge dann steht da noch irgendein Echsen-Typ dann steht da noch ein Echsen-Typ dann hat es da so es waren drei Stacks von Skelett-Kriegern die ich kaputt gemacht habe und ich weiß nicht mal ob es das wert war weil wer kommt als nächstes rein zwei Stacks düster klingen schaffe ich nicht wann kommt Malus ach okay Echsenmenschen ja ganz toll schaffe ich das schwer zu sagen schwer zu sagen na gut ich hab geplündert Unterstadt fertig so wo werde ich geplündert ah ja gut das ist egal der kann da plündern wie er lustig ist das wird zerstört und schiss gut Saboteur so ähm Plündermodus go das hole ich mir das Geld hier braucht es halt noch eine Weile Schwierig 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 Ich brauch mehr Führerschaft hier in den Stellen da ist gar nichts safe alles alles ist hier doof das ist noch nicht schlecht so dann Big Oof Katapulte habe ich ich weiß ja nicht ob die sich lohnen schlecht sind sie nicht aber äh noch ein paar Clanratten ich muss halt irgendwie Armeen bauen das ist so Keiner von denen will Frieden das wird jetzt die letzte Runde sein die ich spiele weil danach muss ich wirklich Essen machen und Zeugs und blub und bla ja mal schauen ich glaub nicht dass ich das noch deffen kann ich glaub's wirklich nicht das ist so so weit weg von machbar aber na gut so mal gucken Itza lebt noch Sotac lebt noch ich find's halt heftig wie schwer Skaven ist Skaven ist wirklich nicht leicht also die Armee die ich hatte war super und wär sie nicht in Force March gewesen hätte ich das wahrscheinlich auch gewonnen aber an Geld zu kommen ist so anstrengend mit Skaven und an Armeen also du kriegst halt kaum kaum möglich Armeen aber jetzt haben sie tatsächlich jetzt bin ich eigentlich voll verarschen das ist egal hier wird halt ausgebildet so viel wie geht ich hab halt gleich gar kein Geld mehr so knapper Sieg die Lagerung fortsetzt okay jetzt passt auf schaffend die nicht aha ja gut der wird angreifen dann wird er gegen die Türmerin dann wird er verlieren und dann geht's hier weiter wenn der da hingeht werde ich halt zurück müssen mal schauen das hier ist halt so am Arsch drei Durchbrüche ich glaub das werde ich verlieren ich glaub das werde ich wirklich verlieren und hier hab ich eigentlich keine Lust auf einen knappen Sieg der wird auch nicht groß besser und ich hab Katapulte und alles ich switch dann gehen ich brauch Geld ich muss Geld machen ich muss Armeen ausheben ich glaub Granitmassiv werde ich verlieren ja mal schauen mal schauen mal schauen schwierig 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 ok vielleicht soll ich einfach von da angreifen vielleicht soll ich einfach von da angreifen ganz im Ernst bei der Hügel ja aber den brauche ich jetzt auch gar nicht so die Türme machen kaputt nein ich glaube Katapulte du hast heute ich cuadern so Was ist das? Gut, passt. So, rein da, so, sobald die stehen, Böllerei. So, die werden angegriffen. Von was? Von was werden die angegriffen? Ich sehe auch nichts zu schaden, ne? Ich sehe auch nichts zu schaden. Ich sehe auch nichts zu schaden. Ich sehe auch keine Katapulte und nichts. Sehr eigenartig, aber okay. Vielleicht werden sie von sich selbst angegriffen. Von den Kanonen des Kopf natürlich auch sein. Ich sehe auch nichts zu schaden. 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 Stilettkrieger? Ne? Reiter? Ja, wieso nicht? Okay. Was ist von der Scheiß? Das ist nicht so geil. Bin ich ehrlich? Das ist nicht ganz so geil. Kaboom. So, schaffen sie es oder geht alles kaputt? Sie schaffen es. Sehr schön. Oder? Gut. Das ist genau Bogenreiter. Okay. So, da einmal draufschlumpsen. Da einmal draufschlumpsen. Da einmal drauf. Da einmal drauf. Oder zwei, dreimal. Hier wird schon enger. Das hier ist schon nicht ganz so leicht zu töten. Ja. Die Krieger könnte man noch töten. Genau. Tschüss. So, da kann man noch angreifen. Da kann man noch angreifen. Ja komm. Gut. Das da oben kann alles noch weg. Genau. Alles weg. Okay. Okay. Erst wenn das alles tot ist, geht es weiter. Wo ist das Problem? Alle Kanonen wird zerstören. Okay. Gut. Interessant. So. Dann geht die mal hoch. So, dann geht die mal hoch. Dein Rettung. Die Rettung. Das wird wohl schützen töten. Krieger töten. Okay. 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 So, da können sie jetzt schießen, bis halt Ende ist. Aber ist das egal. Der kämpft da oben, aber? Gut. Ah ja, der kann auch noch zaubern, gut. Also erstmal müssen wir da oben töten, was wir töten können, damit die Mauern uns gehören. Der Rest ist dann erstmal zweitrangig. So. So, die spucken hier im Scheiß. Muss ja nicht sein. Okay. Alles kaputt, alles buffen. So. Genau. Die kämpfen da ein bisschen auf alleine und stehenden Posten, das ist nicht so gut. Die Buff drauf, genau, damit dürften die jetzt leichter zu treffen sein, vergiftet sind sie auch, genau. Necropolenritzer. Okay. Ist nur heftig. Okay, cool. So, unter solchen Mönche dazu. Unter solche Leute noch dazu. Dann noch ein paar Rappen dazu. Man muss das ja alles anstrengend machen. So. Ihr wollt nicht schießen? Okay. So, Angriff, Zugriff, Griff, Griff. Alles weg. Gut, ausrauben. Und dann, je nachdem, Unterstadt oder Mokko. Feiglinge fliehen, das ist egal. Okay. Da war noch ein Hero, wusste ich gar nicht. Okay, so, wir haben sehr schön belagert. Sehr gut gewonnen. Alles kaputt gemacht. Schön. Heißt leider nicht, dass wir hier noch irgendwie irgendwas... Ne? Vielleicht. Ganz großes vielleicht. Riesen vielleicht. Kann ich... Hier rumrotieren und das Zeug irgendwie verteidigen, defen und aufbauen. Maybe. Ganz großes vielleicht. So. Okay. Haben wir schon? Jetzt ist es komplett ausgeraubt, ne? Und leer. Und kaputt. Ah! Victory! Hornithrath noticed me! 20 Unterheads. Wow. Wegen Charakteren. Gut. Also, die dunkel... äh, die grauen Propheten, die sind wohl nicht so beliebt. Bei den... bei den Skaten, ne? Sind wohl nicht so beliebt. Move Tails! So. Da geht nix, da geht nix. Ich muss warten, ich muss durchhalten, warten, durchhalten, warten, durchhalten. Schauen wir mal, was als nächstes passiert. So, Nagarond ist egal. Haggreyf macht nix, gut. So. Fehlt noch Tic-Tac-Toe. Der da oben mit seinem Tempel guard, das wird ganz furchtbar. Ich glaub nicht, dass ich das schaffen kann. Aber schon. Und das probieren. Alter. Krass, Mann. So kann man sein Leben halt auch verzocken, ne? Weil ich halt nicht zur Ruhe komm hier in dem Spiel. Da hinten ist noch nix. So, jetzt. Ich hab ein paar Katapulte. Fünf Stück. Ich will das... ich will... ich muss das deffen. Irgendwie muss ich das gedefft bekommen. Ich weiß nur nicht wie. Ähm... Ich könnte versuchen... Ich muss mit Rattenbomben arbeiten. Ich muss gucken, dass ich die Rattenbomben reinkrieg. Äh... Ich könnte... Ramen hat er gebaut. Nur Ramen, sonst nichts. Wo ist der Rest seiner Armee? Weil da ist schon kaputt. Die Türme hier sind auch schon kaputt. Okay. Na gut. Ähm... Pass mal auf. Äh... ne. Okay. Das passt so. Der könnte probieren, die zu stallen. Ein bisschen zumindest. So. Okay. Die könnten ein bisschen nerven. Sind die schneller? Die müssten schneller sein, als der ganze Bums hier. Vielleicht krieg ich den... Äh... Weiß nicht wie es heißt. Zauberer weg von ihm. Na. Mit ein bisschen Glück... Trich den Zauberer weg. Und das wäre natürlich gut. Wenn ich seinen Zauberer weg bekomme. Hier, wer ist da? Skink? Nö, nicht Skink. Priest. Slun. Slun. Das wäre natürlich sehr gut. So. So. Ich glaube ich hab alles. Schöner Treffer. So. So. Warum hier alles... ...so dingslig ist. Wow. 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 Hallo. Planklan. 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 Wieso ist denn bei dem alles unsichtbar? Das wüsste ich auch mal gern. Wie eine Reihe. Ich find's ganz lang nicht. Wieso ist das ein ganz langer? ich habe ich habe ich habe ich habe Jo, ok. Boah, ok. Nicht schlecht. Nicht gigantisch gut, aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Junge ich mich nicht anziehen. Vröse mich nicht anziehen! Schrauben Sie nicht anziehen! Nicht schlecht. Sie kommen mit einem Klauen. Krieg und Hintergrund! Tief nicht! Sepp nicht leicht. Schwierig. Da muss ich warten. Die würde ich gerne explodieren lassen. Das geht gerade aber nicht. Ihr müsst jetzt nicht mehr beklagen. Wenn eure Munition alle ist, dann ist Blankland vorbei. Na ja, ihn ist dann durch. Wundert aber nicht. Wunderbar! Lecker! Wunderbar! Aber mit etwas Glück kann ich hier runter und hier eine fette Bombe basteln. Oh, schade. Wille nicht. Letzte. Das war eine recht gute Explosion. Hier drüben schaut es einfach echt beschissen aus. Wo ist sein Slump? Das wüsste ich gern. Wo der steckt. Das umzingeln klappt ja mal wieder nicht. Kennen wir schon. Ich probiere es trotzdem aus. Da ist der Slump. Das ist die große Frage. Das ist die große Frage. Ist egal was stirbt und was ich verliere und wie blablab. Ist so egal. Hauptsache ich überlebe das alles irgendwo. Der Slan hat eine ganze Truppe im Alleingang vernichtet. Mal sehen ob er es nochmal hinfängt. Das war die gute Bombe. Oh ja, die Bombe war sehr gut. Das war die Bombe. Das war die Bombe. Das war die Bombe. Das war die Bombe. Ah, die Bombe. Jetzt was da. Klanrat Spears. Gute an den Leap. Gide uns auf die Korde. $43. Ah, das ist doch doch falsch. Ah, die Wehrstadt, sie wurde eingenommen. Ja, nee, war zu viel. Es war zu viel. Gut, damit ist das Granit-Massiv auch verloren. Ja, wird schwer. Wird sehr schwer. Wird schwer. Also dann das weg. Ich bin halt so knapp vor der Niederlage. So knapp davor hier komplett. Deswegen mache ich jetzt nicht Pause, weil ich einfach wissen will, kriege ich es nochmal gewuppt oder nicht. Aber es sieht im Augenblick einfach nach Nein aus. Weil das muss ich noch deffen, das ist useless. Ich verliere so viel Geld. Ich meine irgendwie lebe ich noch, fragt mich nicht wie. Bis der irgendwann mal irgendwo ankommt. Oh Gott, okay. So, ich habe jetzt hier natürlich eine wichtige Siedlung verloren. Das ist ganz klar, die ist weg. Chasails, ja. Ich muss ja irgendwas ausbilden. Hauptsache ich habe irgendwelchen Quatsch, mit dem ich überleben kann. Na. Das ist halt auch so ätzend hier. Gut, muss ich warten. Muss ich warten. Oh boy. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Ich habe einen Sturdy-Move. Jetzt habe ich Geld. Und kann damit nichts machen. So. Okay. Ich muss es wieder versuchen. Solo. Vielleicht schaffe ich es. Nagarond nervt noch. Ist auch nicht gut. Ich habe ein Katapult habe ich nur. Ich habe ein paar Sturmratten. Fliegviecher sind wieder gefährlich. Na klar. Ist das ätzend. Und natürlich wieder ein Arsch voll Katapulte, äh, äh, Türme. Na gut. Okay. Also, die dorthin. Die dorthin. So. Das da hin. So. So Echsen weiter halten Schauen wir mal Vielleicht kann man hier was kaputt machen Es lohnt sich nicht mehr Klein Rat Spears Sie werden halt mit den Türmen landen Ja Ne Den Türmen kriege ich nicht kaputt Und auch hier kann ich sie ganz schwer nur aufhalten Weil da halt auch Tempelwächter ankommen Das ist das Problem Die kann ich so nicht verteidigen Was? 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 Oh boy Die machen wir so viel damage Okay die Türme stehen Ist schon mal nicht schlecht Okay das ist gut Vielleicht kann ich die Türme hier aufhalten Das wär Ist aber sehr gut Das Land töten Wenn es dann machbar ist Der Turm ist durchgerutscht Hier aufhalten Okay Okay Ja hier drüben ist halt komplette Vernichtung Und halt an der Front Hab ich Absolut gar keine Chance Irgendwas zu machen Ich könnte die explodieren lassen Aber das lohnt sich viel nicht Und so viel lohnt mich Was ist das für ein Schwachsinn Okay Okay Schade So und jetzt seht's auch gleich mal wie stark diese Sauros Tempelwächter sind Weil die hier alles kaputt machen werden Die werden sich hier komplett durch die alle Rattenschnetzel die ich hab Komplett So meine Wehrstatt ist natürlich jetzt bald in Gefahr Na los den Turm Ach bitte Leute Dein Ernst Das ist jetzt natürlich bescheiden Dass die auch noch anlanden I tried I tried Aber da kommt was Böses auf mich zu Dann kommt was Böses auf mich zu Und dann kommt das Böses auf mich zu birch Oh ja Oh boi Der die jetzt explodieren zu lassen würde wenigstens noch Das bringt gar nichts Das bringt absolut gar nichts Ne, du bist auch lost Okay Leute, also ich sag mal so Skaven ist ganz cool Macht schon Laune Mit den Waffenteams und so Aber das rette ich nicht mehr Das krieg ich nicht mehr gerettet Irgendwie hat er die Wehrstadt Doch eingenommen Und der macht halt Alles kaputt Ich komm da Das fing schon an Als ich das Ding unter Lamia Verloren habe Weil ich zu schnell expandiert bin Da fing das schon an Dass ich Probleme bekomme Und das alles verliere Genau in dem Moment habe ich verloren Weil von dem Punkt an Ging es nur noch bergab Und ich krieg's nicht gebacken Und ich krieg's nicht gebacken Auf Geld zu kommen Ich krieg's nicht gebacken Gute Armeen hin zu bekommen Ich krieg's nicht hin Irgendwie Die Ich bräuchte halt zwei oder drei Solche Quiek Armeen Die wirklich was können Aber da komm ich nicht hin Das ist das Problem Ich komm da nicht hin Ich schaff's nicht Ich habe eine Quiek Armee hinbekommen Die habe ich dann aus Dummheit weggeschmissen Ja schwierig Ich glaube ich muss noch Langsamer expandieren Was halt wirklich anstrengend ist Aber es geht nicht anders So das könnte ich jetzt noch versuchen zu deffen Aber ich hab so keinen Bock mehr Ich glaub ich Ich hab so keine Lust mehr Weil ich werd's eh wieder nicht deffen Ist egal Das muss sein Ich glaub ich bin jetzt durch 5 Stunden 5 Stunden Ja whatever Ich hab Geld Was nice ist Ich hab Unterstädte Irgendwo Wenn das Spiel mal aufhören würde zu laggen Was auch nice ist Aber Ich kann halt mit Quiek nicht überall sein Das geht einfach nicht So 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 Toll Ja Nö ist halt Ich werd's Ich werd's nicht mehr hinbekommen Na Na ist einfach so Ich werd's nicht mehr hinkriegen Da ist Utza Ich Ich wüsste Ich wüsste nicht wie Ist einfach Keine Ahnung Keine Ahnung Ich 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 weiß halt nicht ob ich Wenn ich jetzt Wenn ich jetzt mich da wieder aufbauen Nur in meinem kleinen Bums Und das war's Ich hab ja Ich hab ja noch die Quiek Armee Die ist ja noch da Vielleicht kann ich es schaffen Mich Stück für Stück Wieder raus Auszubauen Ganz langsam Armee nach Armee töten Äh Vielleicht geht das Aber Ich Ich seh's nicht Ich seh's nicht Das heißt Muss ich an dieser Stadt vorbei Dann muss ich dahin Weil Kriegsarmee ist mächtig Das weiß ich auch Wie kann jede andere Armee im 1v1 soweit besiegen From Theoretical Das geht Aber Fuh Bring it Down Good So Genau, weil ich müsste außen rum, das ist totaler Schwachsinn. Treasure Warpstone, genau. So, auf geht's. So, entscheidender Sieg. Dann nehmen wir den entscheidenden Sieg. Tschüss. So. Tschüss. Entscheidender Sieg. Fertig ist. Gut. Der darf halt nicht sterben. So. Aber wenn der stirbt, gibt's nichts mehr. So, jetzt. Immer noch Chazales. Immer noch die Warplitzkanone. Die eine. Immer noch den Scheiß. Ja, und dann halt. Verschiedenste Clan-Ratten. Das stinkt wie ein Grasier. Nose-Ei-Dominate. So. Okay. Moment. So, das ist jetzt der Rikrug. Das ist der andere. Ist auch in Ordnung. Das Schöne ist, wenn du keine Städte mehr hast, brauchst du dich um nichts mehr kümmern. Mir ist dann alles egal. Dann ist alles egal. Was da alles kommt. Heftig. Naja. Vielleicht habe ich jetzt dann bald zwei starke Armeen. Oder halt eine semi-starke und eine starke. Muss ich auch noch. Womit ich was machen kann. Mal schauen. Ich habe noch immer nicht die Quests für Quiek gemacht. Die stehen schon seit ewig Zeit an. Aber. Wann? Wie? Warum? Weshalb sollte ich? Na? Das ist so. Guck mal das Quiek. Äh. Nö. Komm auch noch her. Ist egal. Ich habe genug. Sind das jetzt Armeen gewesen? Ach, keine Ahnung. Na gut. So. Kriege wieder machen, weil der Clanstein vermohrt. Ist gut. Ich mag den. So. Töten. Töten. Töten, 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 töten. Okay. Okay. Nichts ist hier. Und dann. Töten. Guck mal. Trash. Ja, bauen wir halt da dann wieder. Ich muss halt gucken, wie ich jetzt klarkomme. Das ist alles nicht so einfach. Also das kaputt machen, dann wieder runter das kaputt machen. Der muss hier irgendwie defen. Okay, gut. Schwierig, sehr schwierig. Ja, hätte ich gern. Kriege ich hoffentlich bald. So. Na los. Ich mache ja Kohle. Das ist halt das Ding. Ich mache Geld. Das Problem ist nur, das Geld allein reicht mir für nichts. Weil nur weil ich das Geld mache, ich brauche halt die ganzen Gebäude, mit denen ich Stuff bauen kann. So. Also. Kaputt machen. Plündern. Setzen. Geld. Sehr schön. Mäuerchen wieder bauen, auch wenn sie eigentlich gar nichts mehr bringen. Das brauche ich. Ja, und Nahrung halt wieder, ne? Das sind halt die Dinger. Ich kann nur in den großen Städten wirklich Stuff bauen. So. Was ich aber mal machen könnte, wäre ein bisschen... Ein bisschen hier am Geld pfeilen. Hier zum Beispiel. Schwarze Eisen. Da geht doch bestimmt wieder Nahrung. So. Karak Azul. Ja gut, viel Geld mache ich dann nicht. Dann... Keine Ahnung. So. Money. Money. Tunnel. Habe ich irgendwo noch was, wo ich... Hier zum Beispiel... Ja. Da gerade nicht. Ich könnte das hier bauen. Sehr riskant. Okay. Den habe ich gesagt, den lassen wir jetzt. Oh gut, dann lassen wir es mal. Erlass verfügbar. So, was nimmer für ein Erlass. Gelderlass. Nee, ich brauche gerade Nahrung. Ich brauche aber auch Geld. Achtend. Zehn, vier, 48. Ja, plündern tue ich ja dann nicht mehr. Machen wir erst mal Nahrung. Irgendwie lebe ich hier noch. Aber gut. Gut, dass das andere ist. Ja, mal gucken. Mal schauen. Gut. Ganz kurzes Päußerchen war es. Nichts Schlimmes. Hier läuft noch alles. Da kommen gleich drei Armeen. Aber die kann ich Stück für Stück Blitz schlagen und weghauen. Das ist in Ordnung. Ja, ja, ja. So. Ja, wenn der jetzt dann hier rüber rennt und wieder angreift, dann ist es halt so, ne? So. Ich mach den Blitzschlag. Schmutz. Weg. Geld. So. Weiter geht's. Mit dem nächsten. Ah ja. Super. Easy. Geld. So. Krieg ich noch einen weg. Nein. Na gut. Gut. Wieder Stuff bauen. Gut. Was baut der dann noch? Naja. Irgendwas. Voll egal. Okay. Stinkst du wie ein Grasier. Okay. Geld ist egal. Should kill when get get the chance. Untrusted worm. Poison after. Oh, das ist auch nicht schlecht. Okay. Ähm. Ja gut. Also ich könnte jetzt hier natürlich wieder... ...demnächst an den großen Helden bauen. Aber ich hab halt nichts zum... ...bauen. Ich brauch halt... ...große Armeen. Noll. Aha. Ja. Genau. Okay. Ähm. Also irgendwo wurde eine Unterstadt fertig gebaut. Dunkle Festung. Ja. Schwierig. 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 Weil ich brauche... ...ich brauche... ...die Waffenteams... ...und da brauche ich halt die Caps. ...ne... ...die... ...die... ...dass ich das ausbilden darf. Für die Warplightning Cannons und so weiter. Da brauche ich einfach den ganzen Bums... ...dass ich das ausbilden darf. Dafür brauche ich Tier 4 Settlements. Die kriege ich nur in großen Settlements. Und klar, ich kann wieder nach unten gehen. Karak lebt mich irgendwas. Ich kann wieder versuchen nach Lamia zu gehen. Werde ich auch machen, aber... ...erst brauche ich eine Armee... ...die defensiv daheim steht. So. Numas, Unterstadt. Das ist nicht schlecht. So, mehr Geld. So. Hier können wir wieder angreifen, was töten. Oder... Oder... ...komme ich da hin? Geht's ihr mal auf die Seite bitte. Seid da gerade sehr krass im Weg. Wenn ich hier hingehe. Und dann in die... ...in die Defensive. Genau. So. Hier genau das gleiche. Okay. Ich könnte den natürlich jetzt aus... ...aber ich kann mit dem nichts machen. Das ist das Ding. Ich habe keine Helden. Nicht mal die Armee ist fertig. Ich meine, ich habe hier ein paar... ...Dinger und so. Ja, Schlechte sind nicht, aber... ...gut, das ist was anderes. Also es fehlen die ganzen... ...die ganzen Redlings. Fehlen alle. Geht, geht nicht. Ja, geht nicht. Das stinkt wie ein Grey, Seer. Ja, 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 ja. Wieso kriege ich denn so wenig Geld von den Unterstädten? Armeeunterhalt so teuer. 4.000 hier, 3.000 dort. Krass, Mann. Bedauerlich. Aber gut. Weiter geht's. Ich stehe hier mit meinen zwei Armeen. Verteidige mich gegen lauter Staff. Nein. Ja, plündere euch. Ich hau dich jetzt eh gleich kaputt. Weg. Geld. Tja, jetzt stehst du da, Marlos. Jetzt stehst du da. Talisman der Bewahrung. Hm. Vielleicht habe ich irgendwann alles voll mit Unterstädten, dass ich mir eine dritte Armee leisten kann. Die kann dann zwar nichts, weil ich keine... Ich habe nur Katapulte. Ich brauche... Ich brauche die Rattling-Kanonen und alles. Das ist so wichtig. Und ich brauche halt auch die Hering-Antike. Wisst ihr? Wie knapper Sieg. Das glaube ich nicht. Ja, ist egal. Galter, ist bereit. Super knapper Sieg. Ganz neuer Unfug. Warlord Quick-Hetika. Find Warpstone. Ja, ja. Ähm. Stink of command. Legs, tails, move. Okay. Also... Das hilft mir halt alles nicht. Nee, das hilft mir alles nicht. An der Stelle muss ich halt hier warten. Durchhalten und warten, bis die Mauern wieder fertig sind. Dann kann ich jetzt hier vielleicht... Warte mal. Bis ich es halt kaputt habe. Wir gehen, oder? Okay. Hält mich bewegt. Hält mich bewegt. Das ist alles egal. So. Mach. Da können wir irgendwann auf Stufe 5 hochgehen. Ja, noch mehr geht nicht. Es gibt eine Stufe... Es gibt nicht mal Stufe 5 Mauern für Skaten. Bah. Das ist ja mal krass nutzlos. Okay. Könnte ich wieder bauen. Aber was will ich da für eine Armee ausbilden? Ich weiß es nicht. Egal. 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 Wir geben dem Katapulte. Wir geben ihm sonst nichts mehr. Erstmal. Stück für Stück. Haben oder nicht haben. Ich kann gerade nicht picky sein. Ja. Macht kaputt. Ist egal. Ich kann erst runter. Ich kann eigentlich gar nicht runter. Das geht gerade nicht. Da kommt schon wieder so viel Bums an. Und die alle wollen mich. Das ist so heftig. Das ist echt krass. Das ist halt wirklich heftig. Das ist so heftig. Wie mache ich das jetzt? Das muss ich mir auf jeden Fall wiederholen. So. Der bekommt solchen Priester oder Dinges. Glockenpolierer. Hat er bekommen. Ja, super. Kann ich noch nicht ausbilden. Aber. So. Ja, besser als nix. Schlechte Genauigkeit. Da können jetzt die Helden rein. Da können jetzt die Helden rein. Und das da bezwingen. Mit den Katapulten und Chisades. Ich würde zumindest mal belagern wollen. Weil hier muss ich warten, bis die Mauern fertig sind. Das dauert noch zwei Runden. Okay, ich kann die Belagerung fortsetzen. Etwas Glück. Tut sich da noch. So, Tratsch. Ich weiß nicht, was du bekommst. Der hat halt. Sklavensklaven. Und röste. Aber das ist so egal. Glücksschädel. Helden. Okay. Machen wir mal so. Okay. Da kann man wieder irgendwas anklicken. Na ja. So. Dann. Nahrung machen. Schon teuer. Aber egal. Gut. Der steht da halt. Der steht da und wartet. Der kann nix anderes machen. Alter. Was ist das jetzt? Er greift mich an. Okay. Okay. Erstmal ausrauben. So, jetzt wird hier angegriffen. Das ist bestimmt wieder so unmachbar. Ist es auch. Wegen denen. Die Echsen sind nicht das Problem. Echsen, Ratten, oder? Ich werde es wahrscheinlich nicht hinbekommen. Ich glaube nicht, dass ich das verteidigt bekomme. Aber man kann es ja mal ausprobieren. Ja, der hat halt die Echsen. Mit dem Echsen verteidigt er halt die und seine Türme und überhaupt alles. Er hat zwei Zauberer. Ist auch sehr gefährlich. Wahrscheinlich werde ich das wieder verlieren. Okay. Ok Schauen wir jetzt nicht so krass Das muss so Ok, da wohnt er auch drüber, auch cool So, leider wollen die jetzt fliehen Und leider wird es denen auch gelünden Ist natürlich cool So Sind wir mal warten? Schaffen sie es? Boah, so knapp, ey Oh gut, das müsste zwar jetzt zurück sein So, bum 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 Tut ein bisschen weh Schöne Bombe Das nervt Aber okay Er hat halt Fliegzeugs, ne? Das ist halt einfach so Er hat Fliegzeugs Hallo So Dagegen kann ich nichts machen Wie gut diese Terradom-Reiter sind Oh, wie cool Wir sind richtig sick Wir sind halt richtig, richtig sick Ah, ich kann die nicht explodieren lassen Wo? Na los, macht's die Auf den Kopfhaut So Ich werde mal ein bisschen gebufft Ich glaube, den da werde ich nicht tot kriegen, ne? So Wenn ich schade von den Feiern Das sieht ja witzig aus Tor ist kaputt Tor ist kaputt So Wenn ihr die Güter hättet Das ist ein bisschen Dieser, dieser Rotten anzugreifen wäre echt schön Tja, die Türme sind komplett nutzlos geworden Woah, geht so Hier geht alles kaputt Den vergesse ich irgendwie auch immer Das ist echt ätzend Die Rattenober sind auch komplett nutzlos, aktuell Schade Ja Ja, Mann Na gut Ne, ne, das ist gleich Klar, ich kann hier noch irgendwie versuchen, noch ne Bombe, aber, ne Das ist eher... Ja Probier ich mich Also der Zauber macht schon Schaden, ne, aber Er tötet halt Sieben Leute Acht Das war faszinend Ja 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 So Wollern, aber Unwahrscheinlich Dass die alle hier abhauen Mann Leute Kommt zwar auf euer Leben, glaube ich Warlock Engineer Ja 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 Wollern, Wollern Ich weiß, wenn die jetzt nicht alle abhauen würden Ja Dann, dann, dann bestünde zumindest die Chance Oder so Was ist es auch immer noch? Nein Wollern, werden wir das mal wieder schaffen? Zähne Wollern, Wollern Wollern, Wollern 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 Das war schon eine gute Bombe, aber das tut halt auch nie weh. Was ist das denn? Und... Ablos. Gut, damit habe ich jetzt nur noch zwei Cities und das war's. Ich hatte mal drei Provinzen, jetzt habe ich nur noch eine. Und die kann ich mit Mühe und Not grad noch so halten. Jetzt, da schaut's mal, 300, 500, 800 Damage. Tode, die haben so viel getötet. Schon heftig. Hm. Ich glaube auch nicht, dass es sich lohnt, mehr Ratten zu bauen, also so diese ursprüngliche Armee, einfach ganz viele Armeen zu haben mit Sklaven und Clanratten und Schlag mich dort und das war's. Ich glaube, das bringt gar nichts. Absolut gar nichts bringt das. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das eher Schwachsinn ist. So. Hinterhalt, Quik, tschüss. Time for things to die, die! Danke. Das war das. Dafür war der Hinterhalt gelegt. Genau. Ist halt auch fies, dass die eine Armee, die mit den, also die Toon Kings Armee, die ja mit den Exen nichts zu tun hat oder mit den Nachtelfen, den Hinterhalt triggert und dann allen anderen KIs dadurch signalisiert, weil das dann aufgehoben wird, ja, der ist da. Absoluter Schwachsinn. Finde ich persönlich. Du müsstest jede Armee, weil du bleibst ja, du bleibst ja in der Stance. Aber anscheinend nicht. So. Das ist Krogar mit 1000 Tempelwächtern. Geil. Aber wir schauen weiter. So. Ähm. Ja. Gut. Jetzt holen wir uns wieder. Das gibt Nahrung. Nahrung ist wichtig. Tempel ist wichtig. Nahrung ist wichtig. Das ist auch wichtig. Okay. Intrige des Untergangs. Können wir wieder machen. Sehr schön. Machen wir auch. So. Wo gehen wir als nächstes hin? Lamia lohnt sich nicht. Hier haben wir schon viel. Äh. Gehen wir nach Ulthuan. Ab zum Donut. Vielleicht hat's da noch irgendwas praktisches. Ah ja. Guck mal. Der könnte noch einen Warlock-Techniker bekommen. Sorserer, Inventor, yes, yes. Trätsch. Okay. fehlt halt noch alles. Der hat, was der nicht hat, ist, und das merkt man auch, der hat leider nicht dieses Auffüllen von toten Leuten. Ich kann schon nicht mehr reden. Verstärkungsrate, Verlustverstärkungsrate. Die fehlt, die Verlustverstärkungsrate. So, weiter geht's. So, was vorstellen wir als nächstes? Das ist egal. Das ist nicht schlecht. Das dann auch nicht. Ah, Leute, ich... keine Ahnung. Also, im Autoresolve ist die Armee unschlagbar. Und im normalen Kampf wahrscheinlich auch. Sie ist halt wirklich stark. Aber ich bräuchte halt noch zwei solche Armeen, die ich halt gerade nur leider nicht hinkriege. Ich könnte aber als nächstes mal da oben angreifen. Maybe. Mir fehlt halt so viel. Ich muss jetzt irgendwie runter, mir das Bergreich wiederholen und wieder hier hin. So, das heißt, ich habe eine defensive Armee oder halt so eine Doppelarmee, die defensiv steht, beziehungsweise sich um die Berge kümmert. Und ich habe hier Queek, der einfach komplett alles ausrastet. Oh, mächtiger Herrscher. Das Schicksal hat euch zu großem ausertoben. Ja. Dank meiner Ratschläge weg. Ja, genau. Du bist der tollste Typ. So. So. Warte. Boah. Da muss ich hin. Wie kann ich das? Oh ja. Okay. Ich blündere jetzt hier. Damit locke ich ihn vielleicht raus, wenn er dumm ist. Das wäre gut. Ähm. So. Okay. So. Der ist soweit fertig. Der läuft irgendwo hin. Ich könnte mir natürlich noch einen holen. Ähm. Noch einen legendären Typen. Aber ich habe aktuell null Ratten und nichts. Das macht wenig Sinn und ein bisschen Geld brauche ich auch. Aber das Geld, das ich hier jetzt bekommen habe, kann man natürlich wieder benutzen, um ein wenig Geld und Nahrung zu bauen. So. So. Das dürfte dann mehr Geld bringen. So. Okay. Okay. Der steht plündernd da. Der braucht noch eins, zwei Runden. Hier habe ich jetzt aber Mauern, deswegen ist das in Ordnung. Der braucht noch. Ähm. Kannst du dich mal ein bisschen umgucken? Okay. Der würde nicht so weit kommen. Kann Warten rein kommen. Ja. Okay. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich sage mal so, ich lebe noch. Und das ist schon mal besser als nix. Ich meine, dafür, dass das Runde 102 ist, stehe ich echt schlecht da. Aber hey, ich habe eine Menge Unterstädte. Das ist auch nice. Und ja. Die sind tot. Toll. Schutzverbündete. Komplett tot. Reingeschissen. Auf Wiedersehen. Ganz toll. Pick off, pick off, pick off. Naja. Ja, der will angreifen. Ist klar. Kann er natürlich machen. Ciao. Äh. Das ist zwar nett, aber das bringt mir absolut gar nichts. Weil ich kann es nicht halten. Ich kann... Charaktoren. Ja, super. Mehr Geld. Ich müsste halt echt langsam wirklich mal Geld bekommen. Wo liegt das Geld rum? Ich mache immer 2,50 mehr, 2,50 mehr, 2,50 mehr und kriege nichts. So. Jetzt ist er am Arsch. Der wird geblitzschlagt, der wird geblitzschlagt, das wird ausgeraubt. Dann kann ich immer noch da runter gehen. Voll egal. Und... Tschüss. Tod. Manni. Auf Wiedersehen. So. Und weiter geht's. Pass. Voll in Ordnung. Ausrauben. So. Einfach mal, einfach mal nehmen. Ne? Einfach mal nehmen. Ne? Kehrt jetzt uns. Whatever. Ah, da ist schon was. Ein Plünderhaufen. Brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Du hättest gern Frieden, ne? Das Schöne ist, da ich mit niemandem irgendwas hab, kann ich machen wie ich will. Ja. Mach ruhig. Mach Frieden, ist voll egal. Ich hab mit niemandem irgendwas. Was? Na, Frieden? Ich hab Geld gezah... Gut, erstmal hab ich Ruhe. Ist doch nicht schlecht. Weil ich halt immer zu schnell klick... Aber nach 6 Stunden ist das... Ja, es sind bald bei 6 Stunden. Das ist schon krass. Liberale! Du hältst... Okay, ich hab ne Menge Geld weggeschmissen gerade. Es tut weh. Ist nicht super schlimm, aber es tut weh. Wenn es unnötig war... Ich hab ne Menge Geld weggeschmissen. So. So. Der bräuchte noch tatsächlich. Der wird halt da angreifen. Ist aber egal, weil dann renne ich ihn eh tot. Also ist... Du sollst... Du sollst killen, wenn du eine Chance bekommst. So. Es stinkt wie ein Gräser. Seuchen-Minitekel. Äh... Unvertraubt Worm. Poison after. Okay. Gut. Wir sind noch lange nicht durch. Da kommt immer noch mehr. Aber wir haben tatsächlich jetzt den größten Schwachsinn abwehren können. Das ist heftig. Also es geht. Ich frag mich nur, wann kommt die nächste Bombe, die mich komplett wegböllert. Aber erstmal geht's. In Itza müsste ich noch mal gucken, dass ich irgendwas verkauf, mach, weg, blub. Mal schauen. Es tut mir doch ein bisschen leid, dass ich nie die Schlachten schlage. Aber im Augenblick habe ich einfach keine Lust, die Schlachten komplett durchzuschlagen. Weil... Das muss nicht sein. Also erstens muss ich das Risiko nicht eingehen. Klar. Und zweitens ist es einfach mega Zeitverschwendung. Ich würde das wieder machen, wenn ich mal stabil dastehe. Aber wenn ich jetzt nochmal Quicks Armee verliere, dann bin ich durch. Dann habe ich verloren. Plan Kretzos. Ah, kann ich mir grad nicht leisten. So. Warte mal. Der geht jetzt da hin und geht auf Blubblubblub Der kann weiter Ah ja, da wird noch gemacht Ok Na komm So Das, das, das Der läuft Queek Queek kann weiter gehen Ähm, wir können Lamia ausrauben Abfall Ist mir scheißegal Who cares Ich greife jetzt Lamia an Und hauen Lamia kaputt So Kaputt So Das hat gut Geld gegeben Sehr schön Und ist Lamia am Arsch Kaputt So Neuerchen wird gebaut Das da könnte ich mal wieder bauen Ich brauche noch ein paar Sturmratten So Schossstärke, Reichweite, alles Ich will alles So Gut Passt 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 Müsste ich gut defensiv dastehen So Der traut mir jetzt nicht mehr Ist aber vollkommen egal Ist vollkommen egal So Sobald ich kann Hol ich mir Lamia zurück Ende Dann wird das wieder aufgebaut Warp Lightning Cannons Ich brauche Warp Lightning Cannons Und ich brauche Rattling Guns Von den Von den Jazzails habe ich genug Aktuell Das kriege ich Stück für Stück Aber Rattling Guns Und Warp Lightning Cannons Und eigentlich Eigentlich würde ich gerne Aber es reicht 4-4-4 ist okay Also zwei Kanonen Zwei Jazzails Damit kann ich jedes High Target Eigentlich wegböllern Da habe ich vier Katapulte Gegen lauter Schwachsinn Rattling Guns Gegen alles was nah rankommt Und Der Rest ist halt dann So Unterstadt entdeckt Dunkle Festung Das ist nicht gut Dunkle Festung Da muss ich mal gucken Da habe ich doch gerade irgendwas bekommen Aha Ja gut dann Reißen wir erstmal alles ab Wenn ich Glück habe Darf ich das Geld behalten Wenn ich Pech habe Ist halt alles weg Wäre schade Lamia Erobern Ja habe ich vor Aber Ich habe nicht genug Nahrung Weil Pass mal auf Ähm Sorry du bist grad im Weg 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 So 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 Tschüss Tschüss So Ah ich kriege es auch vier Ja super Perfekt Dann machen wir das doch gleich mal So Mäuerchens Edelsteinmine Das da Das da Das da Das da Mäuerchens Moment Ja da stehe ich grad safe das passt Kann ich noch mehr bauen? Ähm Ähm Schattenläufe Assassinen Gossen Die baue ich eigentlich aktuell nie Das können wir noch bauen? Macht das Sinn? Nee So Alles bauen was geht Ähm Ich sag mal so So schnell kommt der da nicht durch Das heißt die beiden können jetzt zusammen angreifen Hinterhalten nicht denn der ja guck Wisst ihr das brauche ich halt nicht spielen wenn ich hier drei Armeen habe Das ist halt ein Flieren Ist einfach so So wir brauchen Nahrung So schaut die Nahrung schon wieder ein bisschen besser aus das ist doch gut Was? Dann geh mal hierhin plündern Geh mal hierhin plündern Raidscower Stink of command Ähm Wo? Wo? Geh uns, Horned One Call me Lord Craventail Jetzt müsste es passen Okay Gut Der hat da ja auch nix ne Da kommt da nicht hin Die Bösen da unten Die Echsen Die bräuchten nämlich nen Zug mehr Ähm Ja Der wird Der wird wieder runter rennen So Ähm Das braucht es nicht Das braucht es nicht Das ist nicht schlecht Ähm Äh Äh Auch nicht schlecht Aber Mobilität Haha Das wär wichtig Das wär wichtig So Äh Äh Entrusted Worm Poison Okay Oh Leute Hättet ihr gedacht Dass ich so So nochmal zurückkomme Ich meine ich bin noch nicht aus dem Schneider Aber Es sieht nicht schlecht aus Würde ich mal sagen Na es sieht jetzt so nicht schlecht aus Na es sieht jetzt so nicht schlecht aus So und dann kann ich natürlich noch irgendwo was bauen Ich bin ja auch nicht gruselig So Da geht überall nix Sowas vielleicht Whatever Ich bin so gespannt Ob sie die Unterstelle jetzt vernichten werden oder nicht Wahrscheinlich Das ist super wahrscheinlich Ist halt schade weil da liegt eine Menge Geld, dass das jetzt kaputt geht Aber schauen wir mal Und ich würd sagen ich mach jetzt tatsächlich Ich wollt vor drei Stunden aufhören Wir haben jetzt fast sechs Stunden durch Ich hab jetzt sechs Stunden fast am Stück durchgezockt Immer nur die ganz kurzen Päusel Ich muss was essen Ich muss noch posten Äh Kochen Essen Putzen Na putzen nicht putzen Kochen Essen Posten Küche machen Das noch Ja Puh Ne Und dann ist halt Abend noch DND Das heißt ich hab jetzt noch fünf Stunden bis DND Das reicht Uh Nice Okay So Genau Das dachte ich mir schon So Der läuft jetzt dahin Hier wird gebaut, das passt Hier kann man bauen So der plündert hier Who cares Das hau ich kaputt demnächst Ähm Warte So Wie viel ist das wert? 8000 Jetzt pass auf Das müsste ich doch schaffen können Gebt mir Geld Knapper Sieg Knapper Sieg Führerschaft Führerschaft Irgendwelcher Damage Egal Hat Schaden gemacht Ausraut So Numas 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 macht auch noch Geld Hehehe Hehehe Great victory So In Katar Das kann weg Also ja Lass mir Egal Dann Plündern Und der Auch plündern Moment Stopp Ich muss da runter Ja 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 Ok Ich muss Oh das wird teuer Ist aber egal ich muss da runter Ich möchte nämlich hier das und das hier noch wieder einnehmen Das soll wieder mir gehören Die bleiben halt jetzt defensiv hier bei den beiden und bei den bei denen stecken Und Quique macht seinen anderen Bummskram Ne So Mobilität steigern Hm Trust him for now now Naja Moment So Intriger der 13 So Ok Also ich mach jetzt hier wirklich Ende Mein Plan Ist folgendes Das wird alles ausgebaut Wieder Hoffentlich stehen die Mauern bald wieder Ansonsten Probleme Ok Sobald ich das habe Solchen Priester Ich mein auf Stufe 5 komm ich grad noch nicht Das dauert auch noch, weil ich grad kein Wachstum hab Weil Naja Ok Egal Sobald die Glocke fertig ist Wird das auch ein bisschen besser So Genau Ich muss mir mal meine Armeen anschauen Weil Ich brauche hier noch Wachstum Ich hab zu viele Häutlinge Ok Ok Ich brauche noch einen Warblock Techniker Ein Warblock Techniker Zwei solchen Priester Ja Dann sind die Heldentechnisch fertig Dann Sturm Gersales Der hier hat keine Gersales Er könnte vielleicht welche Genau Ich will eigentlich bloß Kopien dieser Armee So grob Ne Das heißt zwei Gersales Zwei bis vier Ja genau Ja 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 Aber Dafür brauche ich Staff Und den kriege ich grad nicht Also die Waffenteams Das geht Wenn ich das hab Zwei Vier Ich muss auf Stufe 5 irgendwie kommen Weil dann kriege ich zwei weitere Kanonen Das heißt eine Armee kann ich verbessern Mit Kanonen Zwei Schutzeils Zwei Kanonen Vier Katapultern Fehlen nur noch die vier Waffenteams Der Techniker Der Seuchenpriester Und die ganzen Sturmratten Die ich hier Und hier dann bekommen kann Weil hier bekomme ich Sturmratten Genau Okay, gut Hier bin ich jetzt erstmal durch Vielen lieben Dank fürs Zuschauen Es war eine Endlange Episode Die nächste Zeit Weiß ich noch Ich muss alles noch hochladen Egal Es bleibt spannend Es ist wie gesagt Legendär Skaven Schwierig Aber meine Nahrung sieht diesmal gut aus Ich habe Einen steten Fluss An Nahrung Auch wenn man in Tiefenreich Gerade weniger Nahrung macht Als das Verbrauch Das muss ich Darum muss ich mich kümmern Das ist nicht gut Darum muss ich mich kümmern Aber insgesamt gehts Yeah Okay 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 Nahrung Wird sobald ich die kleinen Dings dazu habe Ich meine Wenn ich den Berg wieder habe Deswegen mache ich hier Nahrung Und kein Geld Aber das ist okay Okay Das passt schon Das ist okay Ich brauche die Nahrung Vom Allas Ansonsten komme ich nicht durch Ja Ja Mal sehen Mal sehen Ich muss Nahrung machen Den haue ich weg Wie gesagt Sobald ich hier das habe Gehts hier runter 13.000 liegen hier noch Hier noch mit 6.000 Hier noch mit 4.000 Hier liegt eine Menge Geld rum Kann ich aber erst machen wenn Lamia safe steht Ich muss hier halt echt aufpassen Mit den könnte ich handeln Wenn sie irgendwann mal wollen Vielleicht Okay Egal Ich bin ja trotzdem Moment Ich sollte Ja Ich beende jetzt noch einmal Genau Damit er auch speichert Und dann sind wir durch Ich sag jetzt trotzdem schon mal ciao Ich hoffe ihr hattet Spaß Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag Macht's gut Bis dann Ciao Ciao Bis dann Bis dann